Musik Mike Check, Mike Check, wir haben den 2. Juni, 10.24 Uhr, es ist diesig und usselig könnte man dieses Wetter beschreiben, aber es soll uns heute nicht davon abhalten, endlich, weil ich muss den Brief bald abschicken, ich glaube übermorgen muss ich ihn zum Briefkasten bringen, unsere große Wahl-O-Mat-Folge zu machen, wo wir beide lernen, was eigentlich so passiert in Europa, ohne uns vorher damit beschäftigt zu haben, zumindest einer von uns beiden. Warte, ich habe mich nicht damit beschäftigt, du etwa? Nein, natürlich nicht. Es geht, alles klar? Ja, fast, alles gut, es kann sein, dass ich nachher irgendwie die Fahne schwenke, weil mein Rücken zu stark wehtut, aber jetzt gerade geht es. Als Powerlifter ist das Leben hart, als Powerlifter über 30. Ja, die Übung gestern beim Training war halt Paxschrank, Deadlifts, hat sich jetzt gerecht. Das ist, wenn man so alt wird, dann, ja, alles noch preis, den man im Nachhinein zahlt. Die Versteckkosten des Ikea-Schranks. Oh, stimmt. Das heißt, man muss es bald so aufwiegen, so was zahlt so Versicherungen oder Medikamente, was kosten die im Vergleich zu dem Aufbauservice von Ikea und so. Ja, oder halt, was es dir deine eigene Gesundheit wert macht. Ja, egal, nicht der Rede wert. Drücke die Daumen, bis es besser wird. Ja, sollen wir direkt rein starten? Ich musste es mal hier am iPad aufmachen, weil ich die Kamera ja da oben habe, deswegen habe ich mir das jetzt einfach hier am iPad runtergeladen. Bist du in der Browser-Version quasi? Ja, ja. Okay, ich hoffe, es wird trotzdem gleich angezeigt, bestimmt. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. So, ich kann jetzt hier Start drücken. Ich würde das neu designieren. Alle Parteien, die zur Wahl antreten, haben die Wahl-O-Ma-Thesen beantwortet. Jetzt sind sie an der Reihe, vergleichen sie ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Der Wahl-O-Ma-Jahr hat das keine Wahlempfehlung, genauso wie unser Podcast nicht, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Yes. Bist du bei der ersten Frage jetzt auch? 1 von 38, EU-Steuern, die EU soll eigene Steuern erheben dürfen? Yes. Ich glaube, die gleiche Reihenfolge dann hoffentlich. Wir können noch über eine Sache ganz kurz sprechen. Ich bin durch die Fußgängerzone gelaufen letztens und ich habe so geile Wahlplakate gesehen. Ich dachte, das wären so die Wahlplakate von uns beiden, als wenn wir so das erste Mal in unserem Leben Drogen konsumieren würden und uns nachts denken würden, geil, was für eine Partei gründen wir und wie ziehen wir die Wahlplakate? Der Spruch war, was machst du in 800 Jahren? Und das ist so die Partei für Verjüngungsmedizin. Oh, geil. Der einzige Claim von denen ist einfach, hey, wir investieren alles in quasi nicht mehr alt werden und deswegen wirst du unendlich leben. Da gibt es einfach so mehrere halb, also so Pseudo, auf den ersten Blick seriöse Plakate, die dann so erklären, wie sie das machen wollen, dass du halt in 800 Jahren halt eben noch lebst. Ich finde es ja ganz cool vom Thema her, aber ich denke mir, ich würde halt keine Partei machen, die sich auf ein Thema spezialisiert. Also ich würde zum Beispiel, was ist halt, was machst du da da? Oder was machst du mit dir? Ich finde es ja so witzig, dass die so, ja, so spannend, dass man sagt, so, darauf bauen wir jetzt unsere Partei auf. Das ist so, das ist unser Ding. Damit kriegen wir jetzt die Leute. Ich weiß nicht, ob das ein Spaß-Move ist oder einfach nur eher ein Marketing-Gag. Weil du kannst ja auch so Themen für so, kannst du ja so, wie soll ich sagen, solche Themen quasi spielen über so ein Parteiprogramm, ohne jemals zu beabsichtigen, daraus eine Partei zu machen, sondern einfach nur, um da Themen quasi bei Leuten in den Kopf zu pflanzen. Und dann machst du parallel eine Firma, die halt Verjährungsmedikamente anbietet oder so. Ach so meinst du, ja, das könnte natürlich ein smarter Move sein, weil ich dachte gerade auf der anderen Seite, ich glaube, das Thema zieht jetzt nicht so viele Wähler, dass man sagt, so, okay, eigentlich haben wir so ein ganz normales Wahlprogramm, aber das ist jetzt der Punkt, den wir so ausspielen wollen, damit die Leute uns wählen, damit wir irgendwie so polarisieren. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das, was die Stimme zieht. Ich glaube, das ist eher für einen anderen Zweck, nicht für Politik. Ja, war witzig, ja. Okay, gibt's hier nicht immer auch so Erklärungen irgendwie dazu? Äh, warte mal, ich hab hier noch ein paar Icons, leichte Sprache, Gebärdensprache und Vorlese-Funktion. Das war's. Okay. Und These überspringen kann ich. Okay. Ja, These überspringen kann ich auch. Also, die EU soll eigene Steuern erheben dürfen. So, das ist jetzt so ein bisschen dein Bereich. Das werde ich heute häufig sagen. So, die EU kann jetzt anscheinend gerade keine Steuern erheben. Weil sie kein Land ist, wie auch immer, sozusagen. Und das wäre langfalls durch Abgaben finanziert für die einzelnen Länder. Die einzelnen Länder zahlen Geld im Topf. Mit die EU-Sachen. Quasi. Subscription-Fee. Okay. Okay, okay. So, und dann könnte man sagen, okay, die EU führt nochmal zusätzlich zu den Ländern sozusagen Einfuhr- oder Ausfuhrzölle quasi ein. Und dass man sagt, okay, die EU wird, ist das so ein Schritt mehr Richtung, die EU wird quasi ein Land. Also, dass man sagt, okay, die Länder haben Ein- und Ausfuhrzölle und das machen wir jetzt auf EU-Ebene auch. Ich weiß nicht, ob es nur Zölle sind, aber es könnte alles Mögliche sein. Es könnte sagen, dass jedes Gehalt wird, also du zahlst dann wie so ein Soli, zahlst noch EU-Soli oder so. So was könnte es sein. Es könnte eine EU-Mehrwertsteuer sein. Es könnte eine EU-Kerosinsteuer sein. Es könnte eine EU-Hundesteuer sein. Also, hier steht ja nicht definiert, es geht erstmal darum, darf die EU das grundsätzlich und dann könnte die EU sagen, oh, wir brauchen mehr Geld für irgendwelche Initiativen. Deswegen sagen wir jetzt, wir ziehen quasi, das ist so ein bisschen wie, es gibt manche Steuern, zum Beispiel, ich glaube, die Gewerbesteuer, die zahlst du direkt an deine Kommune. Das heißt, wenn jetzt Trostov sagt, wir brauchen Kohle, dann sollten die Gewerbesteuersatz erhöhen und mehr Industriegebiet machen und dann mehr Leute rein, weil das Geld, das kann die direkt dann wieder benutzt, die Kommune. Und es gibt andere Steuern, die werden auf Bundesebene dann quasi abgeführt. Das heißt, das geht dann in den Bundestopf und das wäre einfach ein neuer Topf da drüber quasi, wenn man sagt, hey, jetzt gibt es noch den EU-Topf und das heißt, du zahlst nochmal zusätzliche Steuern irgendwo in den anderen Topf. Das wäre jetzt meine Interpretation. Weißt du, wie das in Amerika ist? Zahlt man da wahrscheinlich Steuern in seinem Staat und dann in den USA nochmal. Beides. USA-Steuern wahrscheinlich. Ja, das merkt man, glaube ich, teilweise, wenn man da in den USA Urlaub macht, dann gibt es dann am Ende zahlst du irgendwie, je nach Bundesland zahlst du dann nochmal so Sales-Tags California und Sales-Tags Nationwide und dann zahlst du irgendwie nochmal so 2% da, 3% da. Das gibt es da, glaube ich, schon. Also Pro, könnte man jetzt sagen, ist, die können halt Geld einnehmen für Projekte und Contra ist, die können halt Geld einnehmen. Also es könnte irgendwie zu zusätzlichen Kosten kommen. Ja, aber was ist so der Worst Case? Der Worst Case wäre so, auf einmal gibt es auf alle möglichen Lebensmittel noch die EU-Steuer, weil die ja erstmal in die EU können. Also wenn es nicht EU-eigene Güter sind, wird das alles nochmal neu versteuert sozusagen. Es macht auf jeden Fall die, es macht deinen Alltag komplexer, weil du jetzt einfach nochmal, du musst ja dieses System erstmal aufbauen, dass eben diese Steuern berechnet werden, irgendeiner Form, die müssen dann auch abgeführt werden. Dann gibt es dann wahrscheinlich auch eine Art EU-Steuererklärung vielleicht, die du, also so dann extra zu deiner Steuererklärung für EU-Steuern, jetzt vielleicht auf privater Ebene gar nicht so sehr, aber für Unternehmen, das auf jeden Fall nochmal extra Posten sein. Dann ist halt die Frage, was wird mit diesen Geldern gemacht? Wofür sind die? Warum geht man nicht den ursprünglichen Weg über diese Abgaben? Reicht das nicht? Braucht man mehr Geld? Und in der Regel werden Steuern eingeführt werden, wenn sie in der Regel nicht wieder gekillt, also das heißt einfach eine höhere Steuerlast per se. Tja, ich schwank zwischen neutral und Stimme nicht zu, muss ich sagen. Neutral würde für mich das Einzige rechtfertigen, was neutral macht, wäre es, dass man unterstellt, dass die EU damit irgendwelche coolen Projekte fördern kann, die irgendwie dann grundsätzlich der EU den EU-Staaten zugutekommen oder irgendein, also grundsätzlich glaube ich, es geht ja um die Europawahl und ich finde die Vorstellung einer coolen, starken, sinnvollen, coolen EU sozusagen super und es ist die Frage, gibt man der EU damit mehr Macht, also positiv gesprochen, dass sie halt handlungsfähiger wird und dadurch sinnvoller sein kann sozusagen. Ist die Frage, ob es dafür nötig ist oder nicht? Ich glaube, also ich meine, meine These wäre halt, ich glaube, du kannst eine coolere EU machen, ohne dass du jetzt einen extra Steuertopf dafür brauchst. Bin ich schon. Daher sage ich halt, ich glaube, dass es, ich glaube, dass, ich glaube, diese Box würde ich nicht öffnen, ich würde sagen, passt schon so, wie es ist, macht mal weiter Abgaben und guckt eher, dass ihr Gesetze macht, die die einzelnen Länder befähigen, coole Dinge zu tun, statt eben zu sagen, wir entscheiden jetzt, in welches Land, welche Sachen, wie. Daher, ich bin für, nein, stimme nicht zu. Verstehe ich, ja. Aber machen wir ganz kurz noch zur Vorgehensweise, machen jeder für sich eine Abstimmung und dann gucken wir, wie es unterschiedlich ist am Ende? Ja, klar. Okay, gut. Wir können manchmal zwischendurch auch bewusst so ein bisschen unterschiedlich, also ich habe es auch mal Stimme nicht zugemacht, weil ich es irgendwie plausibel finde und irgendwie sinnvoll finde und mir nicht denke, okay, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf das Szenario, wo ich denke, okay, da ist es jetzt mega sinnvoll deswegen, aber wir können auf jeden Fall unterschiedliche Sachen machen. Ich habe noch eine kleine Mini-Anekdote zwischendurch. Es gibt gerade ein ganz cooles Comedy-Slash-Politik-Satire-Programm von Nico Semsrott, kennst du den? Das ist der, der für die Partei im Europaparlament saß jetzt vier Jahre lang. Ah, Rikadis, ja, ja. Ja, mit der coolen Kapuze. Erinnere, also wenn du die Kapuze aufsetzt und eine Brille aufsetzt, kann es eh nicht keinen. Nein, und da habe ich mir ein bisschen was angeguckt und das war eigentlich ganz cool, weil es einfach einen satirischen, aber irgendwie ganz netten Einblick mal so in die EU-Arbeitsweisen sozusagen gibt. Und das ist für mich nicht so cool gewesen, weil ich mir das immer alles schönrede und immer so denke, ja, hä, wenn ich doch da jemanden reinwähle, die machen doch nur sinnvolle Sachen, also es ist doch deren Aufgabe, die machen doch coole Dinge, warum sollten sie das nicht tun, das ist doch ihre Aufgabe. Und so, wenn man dann, das ist ja so wie dieser Schock, wenn du das erste Mal als Schüler siehst, ach so, die Politiker, die ich wähle, die sitzen alle gar nicht in der Abstimmung, das sind irgendwie nur zehn Prozent der Leute, die bei diesen Abstimmungen teilnehmen, die alle sind gar nicht da, das ist irgendwie doof. So, ja, und so ungefähr war das auch, als man dieses Programm sich anguckt, denkt man so, ah ja, okay, Europawahl, eigentlich habe ich Bock und eigentlich finde ich ein cooles Europa-Cool, aber natürlich nur unter diesen utopischen Gedanken, die man selber im Kopf hat, und denkt so, ah, wenn es richtig cool wäre, dann könnte es so sein, aber gerade ist es wohl nicht so geil, das ist irgendwie ein bisschen schade. Ja, ich habe ähnliche Reportagen gesehen, die das auch darstellen. Ich glaube sogar, ich glaube sogar, der war da dabei, weil das, dass du so beschrieben hast, kann ich mich sehr gut erinnern. Ja, ja, können wir nachher noch kurz überspringen, aber das hat mich so ein bisschen ernüchtert, deswegen, ja, und man hört ja auch immer so aus der Kritik, dass. Also, ich gehe mal davon aus, Menschen, also im Arbeitskontext, Politik ist nur eine andere Form der Arbeit, es ist halt ebenfalls ein Job, so, da gehen Leute hin, haben ein Büro und machen ihre Aufgaben, und ich weiß halt, dass es halt immer ein paar Leute gibt, die das halt super gewissenhaft und gut und sich den Arsch aufbeißen, die wird es auch in der Politik geben, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die einfach das so ein bisschen als, hey, das ist mein Job, ich geh da hin, mach so ein bisschen was, oder tu so ein bisschen, als wenn ich irgendwas tue. Versuchst du diese Arbeit zu vermeiden, ja. Und du hast halt dann automatisch immer ein Eigeninteresse, so, hey, mein Job ist da, ich will natürlich meinen Job behalten, ich will mehr machen können in meinem Job und so, das heißt, du hast immer dieses, dieses Verlangen danach auch irgendwie, mehr Sachen machen zu können, und das ist halt so ein Balanceakt zwischen, aber machst du sinnvolle Sachen, oder machst du Sachen? Ja, ja, verstehe, also, es ist ja nicht völlig sündlos, sozusagen, also, die Europawahl stattfindet, also, das zu wählen, aber genau, aber trotzdem muss man, glaube ich, realistisch sein und eben sagen, ja, also, es laufen auch nicht alle Dinge toll, nur weil man dir jetzt gute Versprechen hat. Ich finde halt, was jetzt meine Entscheidung halt immer wieder prägt, ist halt, was ist die Rolle, die ich halt quasi, zum Beispiel in der Europawahl den Europaabgeordneten auch quasi zuspreche, was sind die Aufgaben, die ich erwarte, dass die erfüllen, welche Aufgaben halt auch nicht, und das prägt halt auch ganz stark halt oft so inhaltliche Sachen, weil es dann oft gar nicht immer um den Inhalt geht, sondern eher darum geht, sollen die das machen, oder macht es jemand anders? Das ist halt oft auch eine, gerade im Europawahlkontext, musst du das im Hinterkopf halten, so, ist das eine Entscheidung, die ich auf der Ebene getroffen haben möchte, von den Leuten oder halt von anderen Leuten auf einer anderen Ebene? Das ist nur ein Disclaimer. Das macht es sehr komplex. Weil wir jetzt gleich zu Verbrennungsmotoren kommen. Exakt, und das ist nämlich genau das, wo ich weiß, dass wir unterschiedlich antworten werden. Oh ja, das ist für mich straight super easy. Also die Frage ist ja, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. Und für mich ist die Antwort definitiv klar, warum denn auch nicht? Weil Verbrennermotoren, was heißt das überhaupt? Das heißt ja eigentlich, wo du verbrennst irgendwas. So, heute verbrennen wir Diesel und Bezin. Morgen verbrennen wir Wasserstoff, meinetwegen. Das war die bescheueste Idee ever, aber das sollen die Leute halt machen. So, ich glaube, der Markt halt wird sowieso sagen, Elektroautos, weil Fahrzeuge ist ja ein großes Feld, würde ich sagen, Elektrofahrzeuge sind sogar bis hin zur LKW-Klasse. Aber es wird wahrscheinlich auch Situationen geben, wo man sagt, hey, für den Use Case macht für mich Wasserstoff Sinn. Okay, gut. Oder für mich macht ein anderer Verbrenner Sinn. Und daher, ich verstehe halt nicht, warum das reguliert werden muss. Deswegen. Ja, verstehe ich. Reguliert es halt in die andere Richtung. Und lass es halt so. Ja, da fände ich jetzt interessant, natürlich muss irgendwie das so ein bisschen noch zu differenzieren, dass dann irgendwie, wie steht es genau da drin in dem Wahlprogramm, geht es um Verwaltungsmotoren für jedes Auto, geht es für, genau wie du sagst, wahrscheinlich ist es komplexer in dem Wahlprogramm, als es einfach nur jegliche Verwaltungsmotoren. Vielleicht auch nicht. Also vielleicht in manchem Wahlprogramm, müsste man eben mal nachgucken später, genau. Wir wissen es nicht, genau. Würde man sich wünschen im besten Fall. Da würde ich jetzt tatsächlich aber mal ja ankreuzen, weil ich, da haben wir ja schon mal darüber diskutiert, ich verstehe deine Argumente total. Ähm, ich finde nur, wenn wir jetzt sagen, okay, ich versuche jetzt noch ein bisschen mein Bild von einer coolen EU zu zeichnen, denke ich mir, okay, vielleicht kann man da irgendwie Vorreiter sein im Sinne von, okay, wir haben auf vielen Ebenen, wie wir auch schon, oder wie wir viel gesprochen haben, irgendwie das nicht so hingekriegt und ein bisschen verkackt und ein bisschen spät dran und keine Ahnung was. Und deswegen fände ich es irgendwie eine nette Vorstellung, wenn man sagt, okay, hier sind wir jetzt mal so radikal und zwingen die Leute zu, zum Wandel sozusagen auf dieser Ebene ähm, und haben dadurch die Chance irgendwie schnell, cool, in dieser, in dieser Geschichte weiter sich weiter zu ziehen, weil alle sich darauf verlassen können, okay, ab 35 brauchen alle Akkus, brauchen alle mehr davon, egal was der Markt sozusagen regelt, wenn der langsamer ist oder wenn der schneller ist, dann ist eh cool. Aber dadurch haben wir so eine verlässliche Grenze. Das ist einfach das Einzige, was ich daran attraktiv finde, so ein bisschen. Aber ich verstehe total, was du sagst, dass es sich entweder von selbst zu vorher schon regelt, das braucht dieses quasi nicht, oder du verbietest im Zweifel damit nachher Leuten, die sagen, ey, es ist super sinnvoll, dass wir hier weiter verbrennen und dann darfst du es auf einmal nicht. Ich verstehe, dass das ein Argument ist. Ich würde halt die Technologien halt offen halten, weil das, wer weiß, was in Zukunft sein wird. Vielleicht finden wir den ultimativen Verbrennungsmotor, der irgendwie auf Basis von Deuterium oder so läuft, was wir von irgendeinem Asteroid gemeint haben. Dann ist die Frage, warum dürfen wir es nicht nutzen? Ah ja, ich glaube, dann könntest du es eh neu aufrollen. Ja, genau, dann könntest du, aber dann ist die Frage, warum machst du es halt jetzt? Aber hast du, ich klicke, ich, sorry? Genau, du klickst, ich stimme nicht zu und ich habe jetzt geklickt, ich stimme zu. Nein, nein, andersrum. Du stimmt, weil die Frage ist, sollen auch nach 35 neu zugelassen sind. Das heißt, du stimmst, stimme nicht zu und ich sage, jo, passt. Oh ja, sorry. Ich wollte nicht, dass du die falsche Partei am Ende bekommst. Gut, dass du mich daran erinnern hast. Aber hast du, das ist nur vielleicht mein Empfinden, aber hast du nicht das Gefühl, dass dieses ständige, also diese ganze Wasserstebatte, die wir die letzten zehn Jahre oder jetzt die letzten zwei Jahre gefühlt weniger hatten oder jetzt vielleicht wieder wieder, aber davor diese Debatte hatten, war die jetzt so mega sinnvoll oder hätte es da nicht, also ist natürlich jetzt super fiktiv, aber ich habe das Gefühl, das lähmt manchmal das auch so ein bisschen, diesen Fortschritt, den man sich eigentlich wünscht. Hätte man von Anfang an gesagt, okay, wir committen uns jetzt auf Elektro, dann hätte man natürlich auch den falschen Weg gehen können, weil wer sagt, dass das nachher wirklich der sinnvolle Weg ist, hätte ja genauso gut dann auch Wasserstoff sein können. Aber ich habe das Gefühl, zumindest nach meiner Wahrnehmung hat sich da relativ schnell klar herausgestellt, so, ja, Wasserstoff macht einfach noch oder wird wahrscheinlich auch nie Sinn machen, weil, ne, bla bla, hat man alles diskutiert. Und da hätte das in meinen Augen vielleicht Unternehmen Sicherheit gegeben, wenn man gesagt hätte, pass auf, komm mit euch jetzt für Elektro, liebe VW und so weiter und so fort, ihr könnt euch darauf verlassen, wir werden jetzt ausbauen, hier Elektrotankstellen und so weiter und so fort, macht es mal geil, dann wäre cool, weil da hat der Markt ja irgendwie dafür gesorgt, oder der Markt hat da gar nichts gemacht, aber da habe ich das Gefühl, das hat sich alles so gelähmt, diese Diskussionen. Ja, aber das ist halt wieder so eine Sache, wo ich sage, das ist halt nicht die Aufgabe von EU zu sagen, was die Unternehmen machen sollen, sondern die Unternehmen müssen selber denken und eine Entscheidung treffen, die smart sind. Und die Unternehmen, die jetzt die Entscheidung vor Jahren getroffen haben und gesagt haben, wir committen uns jetzt auf Elektroauto, die haben jetzt eine geile Zeit und die Unternehmen, die das halt nicht gemacht haben, die haben jetzt gerade keine geile Zeit. Aber nochmal, das ist jetzt nicht, also, in dem Beispiel war es jetzt im Nachhinein klar, das, was die EU sagt jetzt, macht mal Elektroautos, ergibt Sinn und ist der smarte Weg, weil es halt auf Basis von den fundamentalen Prinzipien der Physik einfach Sinn ergibt, okay. Aber die EU hätte auch genau die falsche Seite wählen können. Ja, ja. Die hätte auch sagen können, macht alle Wasserstoff und dann wäre es genau die andere Richtung gegangen. Und ich glaube halt, je mehr Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen können bei sowas, egal auf Unternehmensebene oder in dem, wirst du, wie soll ich sagen, diversifizierter ist deine Position. So, und dann wirst du Menschen haben, die halt Recht haben, weil die die richtigen Entscheidungen treffen und Menschen, die die falschen Entscheidungen treffen. Und das ist, glaube ich, in Summe besser, als wenn irgendwer sagt, das ist die richtige Entscheidung, vertraut mir, ich weiß es besser. Und manchmal hat diese Person oder diese Gruppe recht und manchmal hat nicht. Und das ist für mich ein fundamentales Thema, wo ich sage, lass das die Leute mal selber entscheiden. Soll halt VW pleite gehen, ist halt billiger beschissen. Aber dann ist das halt ein Learning. So, dann geht die nächste Version von VW nicht mehr pleite, weil die daraus lernen werden und sagen, oh, waren wir doof. So, aber das kannst du halt nicht verhindern, indem du halt ständig halt sagst, ich sag dir, was richtig oder falsch ist. Das ist ein bisschen eine Erziehungsfrage. In der Perspektive sage ich halt, lass die Finger verbrennen am Herd. Und dann wird es halt korrigiert. Und Tesla drückt ja genug. Und die Chinesen werden auch genug quasi mit ihrem Angebot quasi den Markt in diese Richtung E drücken. Tun sie eh schon. Was eher die Frage stellt, wird man Zöller erheben auf Elektroautos, die aus der Ebene kommen oder nicht. Anderes Thema. Aber das sind für mich Indikatoren, wo man sagt, okay, das wird eh in diese Richtung gehen. Aber lasst uns die Option offen halten für andere Ideen. Vielleicht kommt irgendein smarter Student aus Aachen und sagt, yo, Leute, ich habe es jetzt herausgefunden, wir machen jetzt Folgendes. Ist auch ein Verbrennermotor nach Klassifizierung, aber umweltschonend und läuft für immer. Unerlicher Akku. Whatever. Ja, ich verstehe total den Punkt. Nächste Frage. Jetzt wird es emotional aufgeladen. Die EU soll eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer aufbauen. Wir haben uns letztes Mal, glaube ich, immer so ein bisschen abgewechselt. Ich weiß gar nicht. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? So, wie du magst. Wir können jetzt Abwechslung einführen. Genau. Ich glaube, du hast gerade angefangen. Natürlich ist es klar. Bei den Verbrennern, dann kann ich jetzt sagen. Also das finde ich spannend, weil das ist natürlich so eine Frage, wo man erst mal denken könnte, ja, wer ist denn dagegen? Und jetzt müsste man ja überlegen, okay, warum sollte man vielleicht dagegen sein? Weil man dann vielleicht sagen könnte, okay, das ist ja, man kommt da schnell wieder in die gleiche Argumentation. Wer traut jetzt der EU zu, dass die das sinnvoll sozusagen dann verteilen, die Menschen oder wie auch immer. Aber ich persönlich muss sagen, das, was man in den letzten Jahren ja gesehen hat, ist, dass es gerade nicht funktioniert, dass gerade irgendwie die Verteilung sozusagen ungerecht ist, wie auch immer. Die Leute kommen irgendwie Stranden in Griechenland, Türkei oder keine Ahnung was und dann müssen da unendlich viele Verhandlungen geführt werden und dann am Ende verrotten die Leute da in irgendwelchen Camps oder werden halt abgedrängt und keine Ahnung was, Hauptsache nicht zu uns. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sinnvoll wäre, da finde ich es sinnvoll auf EU-Ebene, den traue ich das dann zu, zu sagen, okay, wir gucken uns alle EU-Staaten an, wer kann wie viele Flüchtlinge aufgrund welcher Koeffizienten irgendwie aufnehmen und deswegen ... So ganz kurz, aber das ist ja, glaube ich, hier in dem gar nicht die Frage, es geht hier ja ausschließlich um die Seenotrettung, also um die Bereicherung von Schiffen und sonstigen, die halt eben Leute, die hier heute ankommen in Italien ... Meinst du, das hängt damit nicht zusammen, dass man die dann verteilt danach sinnvoll oder so? Meinst du, das geht um die Rettung? Ich glaube, hier geht es, glaube ich, nur um dieses ... Also, weil aktuell wird es hauptsächlich, glaube ich, durch so, wenn die Staaten das selber machen, gemacht oder halt durch hier so Non-Profits, die halt sagen, hey, wir haben hier ein Schiff und wir machen das. Und das ist ja die Frage, soll man das weiter quasi den Staaten oder den Non-Profits überlassen, also die, die das halt machen, oder soll es halt da auf EU-Ebene quasi eine Regelung geben, die da sagt, hey, weiß ich nicht, wir organisieren das halt in irgendeiner Form. Und ich glaube, das hat erstmal nichts mit den Verteilungsschlüssen und Co. zu tun. Okay, dann wäre das schon quasi zu weit. Ja, deswegen, ich hatte gedacht, weil da kann man ganz anders entscheiden als jetzt hier zum Beispiel. Das stimmt, okay, verstehe. Aber wenn man es dann auf dieser eher kleineren Ebene sozusagen lässt, finde ich, ja gut, ein paar Schiffe stehen bestimmt rum. Ist gerade, also, ich finde, man kann da unterstützen. Sehe ich jetzt nicht als großes Problem, auch nicht als große Ausgaben und großen Drama auf. Ich finde es sinnvoll, wenn man da mehr Unterstützung leisten kann. Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neutral. Auf der einen Seite, klar, jeden Menschen, den du retten kannst, sollst du retten. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, viele Menschen begeben sich ja dann in so ein extremes Risiko, zu sagen, hey, ich geh da auf so einen, ich hab so einen Film letztens zugeguckt, da nimmst du halt so ein aufblasbares Ding, Boot. Und viele Menschen sterben ja auch, weil sie eben quasi so ein unendlich großes Risiko eingehen. Und was ich halt, deswegen bin ich eher neutral, aber ich denke mir, das muss man halt überlegen, ob was das halt, wenn du jetzt sagst, hey, wir haben da so ein professionelles Seerettungs-, das wird jetzt halt quasi organisiert und sichergestellt, dass da eben nichts passiert, dann, dann, dann inzentivierst du ja auch mehr Menschen zu sagen, ich geh dieses Risiko ein, weil ich hoffe darauf, ich werde gerettet. Das ist ein bisschen so, wie soll ich sagen, so ein komisches Argument, weil es halt, wo fängst du an? Aber ich würde das halt im Hinterkopf halten, zu sagen, hey, ist das die richtige Lösung im Sinne von, hast du nicht, gefährdest du damit nicht mehr Menschen, genau, also, oder wie machst du das, dass du nicht mehr Menschen gefährdest, die halt sagen, ich zieh da los und spekulier darauf, ich werde gerettet, so. Und, oder sagst du halt, die Schmuggler, also, die Leute, die das organisieren, das sind ja meistens so, eher so zwielichtige Aktionen, die sagen, hey, wir können 30 Leute draufpacken jetzt auf dieses Boot, weil, äh, da vorne, wir wissen, ab Kilometer 17 kommt dann halt eben das EU-Boot und rettet uns. Das ist halt nicht halt ein bisschen, äh, schwierig. Ja, sie fragen, ob die EU das jetzt so hinkriegen würde, dass es auf einmal so mega gut läuft, sozusagen, oder ob du nicht einfach zwei Schufe mehr rumfahren und so, ne, und dann, also, wenn also zwei Schufe mehr rumfahren, dann wäre es ja das gleiche, wie jetzt, nur, dass halt irgendwie zwei, drei Leute mehr gerettet werden können, im Zweifel. Ich, die Frage ist halt immer, die Leute gehen, also, meine Vorstellung wäre jetzt, die Leute gehen so oder so auf die Boote, weil es denen sozusagen dreckig geht und die überlegen nicht, okay, ich habe jetzt irgendwie 90 Prozent Rettungswahrscheinlichkeit, ah, wenn ich 85 Prozent Rettungswahrscheinlichkeit habe, dann gehe ich nicht aufs Boot. Und wenn ich jetzt aber durch die EU irgendwie 90 Prozent Rettungswahrscheinlichkeit habe, dann gehe ich aufs Boot. Weiß ich nicht, ob die das sozusagen, also, ne, dass man dann wirklich so denkt, ah, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich gerettet werde, jetzt gehe ich aufs Boot, vorher nicht. Weiß ich nicht, ob die Menschen da noch so denken können. Ja, ich hätte eher gesagt, die Leute, die das organisieren, die denken halt eher ökonomisch, ne, die sagen halt, hey, wie mehr Leute ich da drauf packe und denen sagen kann, ja, ihr werdet auf halber, halber Strecke gerettet. Ähm, ja, ich bin, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir, ja klar, warum nicht, rettet jedes Leben. Auf der anderen Seite so, ist das vielleicht das falsche Dezente, was man da setzt. Ja, ist ja okay. Die Frage ist halt auch, ja, wie du gesagt hast, wie gut wird das organisiert und so weiter. Und sollte man nicht einfach sagen, man gibt lieber halt Italien, Griechenland und Co. einfach und Spanien und wer auch immer da noch betroffen ist, äh, gibt man denen nicht einfach Budget, dass die das selber organisieren können in irgendeiner Form oder muss halt nicht. Aber es könnte ja, also wenn man sagt, man baut eine eigene Sehnerregung, das könnte ja auch so ein Prinzip sein, dass die quasi Boote aus Türkei und so weiter bezahlt und also das könnte ja, also muss ja nicht bedeuten, es gibt jetzt eine vierte Konkurrenzfirma, die da rumfährt und sich gegenseitig alle nerven und blockieren, sondern es könnte ja genauso gut sein, dass die die eigene Sehnerregung aufbaut und das heißt einfach nur, dass die das besser koordinieren. Das stimmt, das stimmt. Das weiß man jetzt nicht so genau von der These, die da nur drin steht. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Es ist immer schwierig, wenn man kühlt Thesen liest. Ich hatte das Gefühl, das letztes Jahr waren da so Erklärungen dabei oder konnte man nicht so was ausklappen mit so Erklärungen? Ich weiß nicht, ich glaube aber schon, ja, aber diesmal ist es simpel gehalten. Ja. So, die Ukraine soll Mitglied der EU werden. Ist das nicht sogar schon durch? Bin ich doof? Ach nee, es war Finnland. Ja, ich glaube, das war eher NATO, hier ist es halt. Achso, NATO. Eieieiei, eieiei, eieiei, eieiei. Jetzt ist der Punkt, wo man ausschalten sollte. EU oder nicht EU. Ja. Ich glaube, achso, du bist dran, ja. Ja. Ich glaube, instinktiv sagt man sofort, ja klar, warum nicht? Geopolitisch eher so, was passiert dann? Und ich glaube, ich tendiere dazu zu sagen, Moment mal ganz kurz, in der aktuellen Situation, während Krieg herrscht, äh, ich glaube, also, ich glaube nicht, dass eine Mitgliedschaft in der EU den Krieg sofort heilt quasi, zum Beispiel, ah, der ist vorbei und alles gut. Nee, das darf ich auch nicht. Äh, die These habe ich nicht und ich glaube, das würde halt eher den, das, das, wie soll ich sagen, die Situation noch mal erhitzen. Und ich wäre eher dafür, dass man erst mal, und das ist, glaube ich, das, das, das generelle Wort, ist halt, kommt mal alle an deinen Tisch und sorgt dafür, dass der Konflikt halt endet. So, und dann einigt euch darauf, was, was die Bedingungen sind, zu denen man sagen kann, dass so kann man halt Frieden weiterleben. Und ich glaube, bevor das nicht gegeben ist, würde ich halt hier sagen, lass mal eben nicht diesen Schritt gehen, weil ich glaube, das macht es halt erst mal schlimmer, weil man halt die Frage stellt, was, ne, was bedeutet das, wenn die EU jetzt, äh, wenn die Ukraine plötzlich EU-Mitglied ist, ähm, Fragezeichen, großes Fragezeichen. Und ich glaube, das wäre mir jetzt gerade, äh, ne, auf der Zeitachse, jetzt und bis der Krieg zu Ende ist, zu heiß. Danach eine andere Fragestellung, muss man noch, kann man anders beleuchten. Deswegen würde ich sagen, jetzt aktuell, glaube ich, das ist nicht so ein smarter Wohlf wäre. Hm, verstehe ich. Ähm, da ist jetzt ja die Frage, ne, inwiefern EU und NATO sozusagen zusammenhängen und sich unterscheiden und so weiter und so fort, ne, weil jetzt ist die Frage, kann man sagen, okay, man packt die Ukraine quasi in das Wirtschaftsbündnis EU sozusagen und damit die irgendwie bessere Hilfelleistungen kriegen können, humanitäre Hilfe, keine Ahnung was, irgendwelche, dass damit das irgendwie besser und smarter funktioniert, ohne jetzt sich damit zu committen, dass man eben sagt, wir müssen alle Rüstungen aus Europa in die Ukraine packen und dann da jetzt quasi den europäischen Krieg führen oder ob das das quasi sozusagen bedingen würde. Ob das quasi bedeutet, okay, wenn die Ukraine in die EU kommt, heißt das, okay, alle Soldaten ziehen jetzt los und gehen jetzt an die Grenze der EU, äh, der Ukraine und verteidigen die EU an der Ukraine-Grenze. Das ist so ein bisschen, glaube ich, was ich nicht abschätzen kann. Ich glaube tatsächlich, das wäre gar nicht so, dass die direkte Konsequenz ist, eher Signalwirkung und da ist halt die Frage, wenn, 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 also, ja, die Frage ist halt, was ist halt, was ist der, der schnellste Weg zu Frieden? Und ich glaube halt, dass eine mitgeschöpfte EU nicht der schnellste Weg zu Frieden ist, sondern eher eine, man setzt sich als Staatengemeinschaft zusammen und sagt, hey, wie kriegen wir das jetzt aufgelöst, wie kriegen wir das Frieden? Und, ähm, das wäre mein persönliches oberstes Ziel, ist, dass halt Leute aufhören zu sterben. Und in welcher Form auch immer, halt in welcher Friedensverhandlungsversion auch immer. Und ich glaube, wie gesagt, wenn du verhandeln willst, dann hilft dir halt Verhandlungsmasse. Und wenn du sagst, wir nehmen das quasi raus, weil das ist jetzt gesetzt, Ukraine ist Teil der EU, dann fehlt dir halt Verhandlungsspielraum. Und ich glaube, das ist gerade wichtig, den zu haben, um halt da zum Ergebnis zu kommen und zu sagen, Krieg ist vorbei. Punkt. Ja, ich weiß nicht, ich habe in den letzten zwei, drei Wochen noch so ein paar, ja, Artikel gelesen, wo es jetzt darum geht, ne, dass Putin irgendwie weitergehen will und dass die EU-Grenzen so ein bisschen auch egal sind und dass Frankreich jetzt schon irgendwie Truppen verschiebt und so weiter und so fort. Ich frage mich so ein bisschen, ach, ja, also die Frage ist, ist es nicht eigentlich egal und ist dieses Symbol, im Zweifel das Zeichen, dass die Ukraine in die EU kommt, nicht dann doch vielleicht ein sinnvolles Zeichen an andere europäische Staaten, so nach dem Motto, okay, komm, wir lassen uns jetzt hier nicht hängen und wir sind uns im Klaren, dass das jetzt nicht aufhören wird, wenn die Ukraine in der EU ist oder nicht in der EU ist, sondern diesen Prozess gehen wir einfach weiter und lassen uns jetzt nicht von dem Bulli sozusagen da einschüchtern und sagen, nö, wenn der jetzt sagt, ich will das nicht, dann kann das Land Ukraine nicht selbstständig entscheiden oder die EU nicht entscheiden, dass sie da rein wollen sozusagen. So, ob man jetzt sagt, okay, wir geben da jetzt keinem bei, weil man könnte das ja auch so argumentieren, naja, gut, dann weiß Putin, er muss halt einfach immer nur pressuren und dann sagt er halt das nächste Mal das nächste Land und so weiter und so, weil man halt Angst vor dem Bulli hat, gibt man immer weiter, so. Das könnte ja eine Konsequenz sein, dass man das daraus lernt als Russland sozusagen und ich kann halt überhaupt gerade nicht einschätzen, dafür bin ich nicht mehr genug in den Thematiken drin, wie wahrscheinlich ist gerade dieses Szenario mit, komm, wir setzen uns mal alle an einen Tisch und jetzt quatschen wir mal darüber ein Jahr später oder zwei, also viele Jahre, also ein paar Jahre später, ob das jetzt gerade so überhaupt aktuell ist oder ob es nicht mittlerweile so ist, dass es einfach eh heißt, ja, ist einfach scheißegal, es wird diesen Krieg jetzt, es gibt diesen Krieg und jetzt ist nur die Frage, wie lange bleibt die Ukraine durchgeführt, da oder nicht, sozusagen. Ich, die Argumente ergeben sind, ich würde halt, also, dieses Argument mit, naja, dann geht's halt danach weiter, ne, also nach dem Motto, wenn man jetzt halt nicht quasi ein klares Zeichen setzt, dann ist halt, was ist Estland oder Lettland oder wo will das Nächste dran, so. Ich finde halt, das ist halt eine, das ist eine andere Situation, weil eben die anderen Länder quasi schon in einem Militärbündnis drin sind und das ist halt immer, und das ist ja nicht so passiert, sondern es ist halt eine These, dass es passieren könnte. Und ich finde gerade so geopolitisch oder halt in so Kriegsszenarien, wo es so ein bisschen so ein richtig feiner Balanceakt ist zwischen es kann eskalieren und nicht, würde ich halt eher persönlich halt sagen, dann guckt man, ob es passiert, weil wenn eben, wenn Russland dann sagt, wir greifen das Polen an, dann kannst du halt immer noch sagen, okay, let's go. Und du kannst dich halt immer noch jetzt auf solche Szenarien vorbereiten, du kannst ja aufrüsten und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich sagen, das ist nicht automatisch, nur weil man jetzt quasi nicht eine klare Linie zieht, nicht automatisch. Das heißt ja nicht automatisch, dass Russland A diesen Move bringt und B, dass man sich dann nicht verteidigen kann. Und andererseits heißt es nicht, wenn man es nicht macht, dass es nicht trotzdem passieren wird. Wenn man es macht, dass es nicht trotzdem passieren wird sozusagen. Ja, oder weil man es macht, ist jetzt deswegen, und das ist halt, das sind so, hier würde ich quasi ein bisschen auf Sicht schauen und sagen, okay, was ist das nächste, was ist das sinnvollste Ziel jetzt für alle Beteiligten? Und wenn man da zustimmt und sagt, hey, ist es das sinnvollste, was man jetzt erreichen kann, ist halt ein Friedenszustand. Also Krieg beendet, in irgendeiner, also in der Form, dass halt eben kein Krieg geführt wird. Und dann muss man, das ist halt das, was am erstrebenswertesten ist, dass die Leute aufhören zu sterben. Und dann kann man halt immer noch gucken, okay, was bedeutet das jetzt in den Konsequenzen? Wer muss was dafür aufgeben? Oder halt, welchen Kompromiss muss man schließen? Weil klar, es wird halt kein kompromissloses Thema. Und das würde ich halt als erstes ins Visier nehmen und dann nicht zu viele Ängste haben über die Zukunft oder zu viele Prinzipien hier reinspielen lassen, weil jeder Tag, wo man halt auf der Basis agiert, heißt halt, da sterben halt Menschen. So auf beiden Seiten. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen in der Ukraine jetzt tot sind, was das für das Land insgesamt bedeutet, wenn halt, das sind ja in der Regel männliche, junge Menschen. Wie viele sind davon jetzt gestorben? Was bedeutet das überhaupt für die Zukunft der Ukraine? Und ich weiß nicht, ob das, also ich würde das halt als oberstes ziehen nehmen, dass das halt stoppt. Deswegen, ja, ich weiß halt gerade nicht, ob es überhaupt einen Stopp geben kann, ohne dass die Ukraine sagt, wir sind halt keine Ukraine mehr. So, wir sind jetzt halt einfach Russland. So, das ist halt die Frage, ob es dieses Szenario noch gibt. Ja, ja, Sicherheit. Ja, sicher kann ich es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es wird, also, wenn man es realistisch drauf guckt, ich glaube, es wird halt nicht die gleiche, Ukraine sein, also von der, von der Landmasse her. Ich glaube nicht, dass Russland sagt, wir ziehen uns jetzt aus diesen eroberten Gebieten raus. Ich glaube, wenn du eine Verhandlung heute führst, wenn du jetzt sagst, was ist das realistischste Szenario, worauf sich alle Parteien irgendwie einigen können, was wahrscheinlich, okay, Ukraine ist jetzt halt, sieht jetzt anders aus, Russland zieht sich zurück, Grenzen werden abgesteckt, Ende des Krieges. die Frage ist dann nicht, genau, ob es dann nicht wie bei China, Taiwan und keine Ahnung was ist, ob es nicht einfach so ein, oder die Krim und Russland damals, dass es einfach so ist, ja gut, jetzt warten wir zehn Jahre und dann kommen die, wieder die Ansprüche und dann geht es irgendwie weiter und so. Das ist so, aber ich habe ja keine Lösung dafür. Aber das meine ich halt mit Verhandlungen, das ist halt jetzt eine Frage, wie man es halt aushandelt und was, worauf man sich einigt und klar kann man immer Einigung halt dann auch über Wort werfen, es einfach trotzdem ignorieren, aber das ist halt, wie gesagt, eine Spekulation, die, ja, aber dann heißt es, wenn man halt, wenn man halt diese Skepsis hat und sagt, das wird halt, niemand, niemand wird sich daran halten, und dann ist es eine Konsequenz, wenn das deine Anstrengung ist auf diese Situation, dann machst du halt weiter, bis es nicht mehr geht und das finde ich halt ein düsteres Szenario. Ja, absolut. Das ist ja, wo wir gerade quasi drin sind und ich habe nicht das Gefühl, dass es gerade irgendwie kurz vor Friedensverhandlungen sozusagen ist, aber, aber das ist das, was ich halt, was ich hätte haben wollen würde und ich glaube halt, wie gesagt, zu dieser Frage, dass halt eine Nicht-EU-Mitgliedschaft diese Friedensverhandlung eher wahrscheinlich macht versus eine Mitgliedschaft der EU. Ja. Ich würde wahrscheinlich eher neutral klicken, weil ich, das ist natürlich irgendwie ein neutrales Mal so ein Lame. Wir wissen halt auch vieles nicht, ne, was genau bedeutet das jetzt? Ja, das ist ja selbstverständlich, aber mir geht es bei neutral jetzt gar nicht so richtig darum, dass ich mich nicht positionieren will, sondern mir geht es bei neutral eher so ein bisschen darum, genau, ich finde, es sind so unsichere Szenarien, weil ich es einfach schwer finde einzuschätzen, ob jetzt die EU-Mitgliedschaft, also was das jetzt sozusagen der Ukraine bedeuten würde, wäre das jetzt für die so mega wichtig, das Zeichen auf die Nachbarländer und würde nochmal irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so ein vereintes Europa symbolisieren, das ist halt alles irgendwie und dann könnte man besser helfen, also humanitär und keine Ahnung was, ob das irgendwie so Dinge verbessern würde oder ob es halt eben dafür sorgen würde, dass es einfach völlig eskaliert und das völlig falsche Zeichen sozusagen ist und da ich dazwischen irgendwie so ein bisschen pendel, ist es bei mir eher das neutral als mittig sozusagen. Das denke ich an, warum ich halt glaube, dass dieses humanitäre oder der Aspekt des Helfens, ich glaube, das halt macht keinen gigantischen Unterschied, weil es wurde ja schon die Möglichkeit geschaffen, dass Leute quasi in die EU halt flüchten können aus dem Krieg, es wird ja quasi auch schon monetär, aber auch mit Sachgütern in jeglicher Form geholfen, daher frage ich mich halt, okay, das Einzige, was du sagen könntest, das macht es vielleicht leichter, Budgets zu erhöhen oder halt mehr zu geben, aber da habe ich halt überhaupt nicht den Eindruck, dass das irgendwie gerade ein Problem ist. Es ist eher so, man gibt ja schon, ich glaube, gefühlt alles, was man so hat als EU-Länder, die einen mehr, die anderen weniger, aber so deswegen, ich glaube halt, ja, es wäre eher, wie gesagt, ein symbolisches Thema oder das Signal, was man sendet in der Form. Ja, genau, und oft ist ja so ein Signal unbedeutend sozusagen, man denkt so, so Signale sind eigentlich eher, die täuschen sowas vor und eigentlich ist da gar nichts dahinter und ich kann bei dem Signal nicht einschätzen, ob es nicht ein gutes Signal wäre, keine Ahnung, deswegen bin ich da draußen neutral. So, die EU soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. So, das ist irgendwie eine spannende Frage, also, ich finde das immer so witzig, wenn es wechselt sich ab zwischen Kriegsszenarien und, naja, ökologische Landwirtschaft. Meißanbau. Ja, genau, das ist irgendwie so als ein Pendeln zwischen den Extremen. Also, gut, ich versuche meine Gedanken zu äußern, also, ich bin kein Freund von Gentechnik ist böse, dafür habe ich zu viel Bio studiert, um zu sagen, okay, ich verurteile nicht die nicht ökologische Landwirtschaft, weil ich vermute mal, ökologische Landwirtschaft ist gemeint, möglichst Pestizidfrei, Gentechnikfrei, alles sehr naturbelassen sozusagen. So, und, genau, nur so drei, vier Gedanken. Klar, kann bei Gentechnik, passieren gerade viele blöde Dinge, so nach dem Motto, dann gibt es da irgendwelche, wie heißt das, wie heißt das immer, nur selber, Copyright, auf Firmensprache, Patente, danke, dann gibt es da Patente auf Saatgüter und damit wird in dritte Weltländern viel Mist gebaut und damit wird dann da, werden Bauern über den Tisch gezogen und so, nicht so geile Sachen, die da laufen, das da mit dranhängt, aber das sehe ich nicht als Problem der nicht ökologischen Landwirtschaft, sondern das sehe ich eher an, naja, wie gehen wir halt mit, also das sind eher so Firmenstrukturen, wie gehen die Firmen damit um, ich weiß halt nicht, ob man mit rein ökologischer Landwirtschaft jetzt irgendwie, also ich glaube nicht, dass du damit auf einmal entweder Klima rettest oder den Welthunger rettest oder wie auch immer und deswegen, da spricht dann der innere Willi in mir, der sagt, ja lass doch da die Firmen entscheiden, also lass doch da, also ich finde, man muss auf kleineren Ebenen regeln, so nach dem Motto, wenn es jetzt irgendwelche räudigen Pestizide gibt, die die ganze Natur zerstören und Bienen töten und keine Ahnung was, weswegen wir bald nicht mehr hier irgendwelche Pflanzen besamen können, ja das, dann bitte vorrangig ökologische Landwirtschaft, wenn es jetzt aber darum geht, naja, wir wollen irgendwie verhindern, dass, keine Ahnung, wir eine Pflanze vielleicht so oder ein Saatgut so verändern können, dass da irgendwie geilere Nährstoffe XY drin sind, für was ich nicht was und wir damit gute Dinge tun können, für einen günstigeren Preis und dadurch irgendwie, keine Ahnung, weniger Massentierhaltung fördern können, weil, was auch immer, dann würde ich sagen, ja gut, dann macht das gerne oder probiert es in einem kleinen Rahmen und wenn es sicher ist, dann macht es weiter und so und deswegen würde ich dem tatsächlich eher nicht zustimmen, obwohl es ein bisschen komisch sich anfühlt, da nicht zuzustimmen, weil es natürlich so ein Claim ist, der halt erstmal sagt, ja na klar, wollen wir möglichst ökologische Landwirtschaft, aber, ja. Ja, ich glaube, ich habe da gar nichts zu ergänzen, tatsächlich, ich glaube, das ist, also, ja, sehe ich genauso, kann man schnell abhaken, ja. Also, ich glaube, gerade überlegt, dass es wieder das Spannende ist, dass es so EU-Ebene ist, genau, das wird dieser Gedanke, wo ich dachte, ja okay, aber es ist mir irgendwie auch egal, ob da jetzt EU oder Deutschland steht, da würde ich jetzt genau gleich entscheiden, muss ich sagen, bei der Frage, von Deutschland oder Ökologisch oder EU. Ja, ich würde das halt in deinen Submärkten, ne, das kann NRW für sich selber entscheiden, versus Bayern, versus Europa, versus Spanien, wegen, also ich, das ist halt nichts, ja. Genau, da ist mir die Einde egal. Ach, ein anderer Punkt ist, weil du, wenn du halt sagst, du definierst das halt europaweit, was ist ökologische Landwirtschaft, dann musst du quasi auch sicherstellen, dass das, was du förderst, auch nachweisen kann, dass es diesen Anforderungen spricht. Das klingt für mich sehr schwerfällig tatsächlich und ich finde es halt cooler, wenn man dann sagen kann, hey, der eine Bauernhof in Bayern hat irgendwie was Cooles rausgefunden, hat damit irgendwie die Produktion verbessert, also von Mais, was weiß ich, hat vielleicht irgendwie eine Special-Sorte gezüchtet, kann das dann für andere weitergeben, die nutzen das auch und dann entwickelt sich halt so die neuen besten Ansätze zur Landwirtschaft. Anstatt zu sagen, ich definiere das halt oben, das ist jetzt gut, das ist schlecht, ich würde es halt eher von unten kommen lassen, sondern sollen die Leute halt irgendwas Cooles erfinden und dann weitergeben an andere. Ja, wie gesagt, ich würde da nur den Zusatz machen, dass ich da so ein bisschen Regulation sinnvoll finde, im Sinne von, es ist halt einfach scheiße, wenn wir feststellen, dass wir keine besamenden, äh, bestäubenden Insekten mehr haben, wenn halt die Pflanzen alle die quasi tot machen sozusagen. Lass mal alles, was irgendwie schädlich ist, halt verbieten, was halt nicht heißt, wir fördern das, was gut ist. Das ist halt etwas anderes. Ja. Genau. Das ist das. Ich glaube, da sind wir jetzt eigentlich, ja. In Deutschland soll der Euro durch eine nationale Währung ersetzt werden. Finanzwilli. Nee. Was erhofft man sich davon? Also, welchen Vorteil versprechen einem die Parteien, die das fordern? Unabhängigkeit von anderen Ländern, von der Finanzstärke von Griechenland zum Beispiel, oder was? Ja, man würde halt wieder, was heißt das, man hat eine eigene Landeswährung, so wie der britische Fund, das ist ja so ein bisschen das nächste Beispiel, da hattest quasi die, Großbritannien war halt der Vorteil von der EU, aber hatte trotzdem eine eigene Währung. Was das bedeutet, das macht das komplexer für den Handel und du hast Wechselkurse und so, das heißt, es macht Wirtschaft halt einfach schwieriger, aber der Vorteil ist halt, du hast dann in dem Sinne deine eigene Währungs- und Zinspolitik, die du dir quasi gönnen kannst, so wie, ne, wobei das nicht automatisch ist, das eine heißt nicht automatisch, das andere, aber im Umkehrschlag heißt es das schon, das heißt, man könnte jetzt sagen, man hat zum Beispiel jetzt eigene Währung, was bedeutet das erstmal? Die Währung wird nach der Wirtschaftskraft des Landes beurteilt und nicht mehr nach der Wirtschaftskraft von Europa. Das wäre schlecht wahrscheinlich für Deutschland, weil Deutschland halt als wirtschaftsstärkstes Land wahrscheinlich dann eine stärkere Währung hätte, was letztendlich bedeutet, wenn man Sachen aus Deutschland kaufen möchte, wird es halt teurer fürs Ausland und Deutschland ist ein Exportland, das heißt, Deutschland profitiert halt von dem schwachen Euro in Anführungszeichen, was es halt von der schwachen eigenen, von der starken eigenen Währung halt nicht macht. Auf der anderen Seite könnte man sagen, man könnte dann aus dem Ausland günstig kaufen, also hat das so Vor- und Nachteile. Dann kann man halt seine eigene Währung eigen steuern, das heißt, man könnte sagen, der Leitzins für das Schwachensystem könnte anders sein als der von der EU. Eher unwahrscheinlich, dass man da so groß einen Gegentrend aufbaut, weil die gehen halt in der Regel halt alle irgendwie in einem Einklang, außer Japan. Ja. Aber wie gesagt, der Nachteil ist, du machst halt den Handel zwischen den Ländern halt komplexer und risikobehafteter, weil halt Wechselkurse stattfinden und ich glaube, dass von der Perspektive einer coolen, starken EU ist so das Thema Währung und vielleicht auch zum gewissen Grad halt gemeinsame Fiskalpolitik eher das, was, glaube ich, stark verbindet und zusammenhält. Deswegen, ich glaube, das ist eher so ein Claim hier, der einfach nur so zeigt, weil hey, Deutschland ist cool, aber die EU ist auch cool, daher, hey. Ja, würde ich dir in allem zustimmen, da kann ich nicht viel ergänzen, also gar nichts eigentlich. Also vielleicht noch die individuelle Ebene, dass ich es einfach cool finde, wenn ich in andere Länder reise, dass ich einfach mit dem Euro bezahlen kann. Gar keinen Bock mehr auf Geld wechseln und solche Sachen. Diese ganz einfache Ebene für uns, das ist ja auch cooler. Also jetzt müssen wir aufpassen, stimme nicht zu, richtig? Ja, genau. Okay. So, die EU soll den Mitgliedstaaten empfehlen, außer weiblich und männlich auch die Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität im Pass zu ermöglichen. Das ist ja eine super weiche Soll empfehlen. Formulierung. Genau, was heißt denn Soll empfehlen? Das können die auch so, das können die auch jetzt, also das, hä? Ich finde es super neutral. Ich bedenke, was heißt Empfehlung? Was bedeutet das? Macht es halt, macht es halt, wie ihr wollt. Also macht es halt, wenn Deutschland sagt, wir finden das gut, wir schreiben das jetzt rein, macht es halt. Ja. Also da muss ich sagen, auch als Großer, ich bin, würde mich da sehen, dass ich da für sehr viel Offenheit mich einsetzen würde und das irgendwie wichtig finde, dass, also, wie soll ich sagen, Gruppen, die eher wenig Aufmerksamkeit bekommen, mal Aufmerksamkeit bekommen und dass sie berücksichtigt werden und so weiter und so fort, finde ich das irgendwie ganz strange, also wäre sogar ich neutral, dass ich dann sagen würde, ja, weiß ich nicht, also sollen die empfehlen, ja gut, sollen sie halt machen, aber das ist jetzt kein, dafür wähle ich nicht, EU-Politiker und selbst wenn die das empfehlen, dann soll die EU das empfehlen, dann sagen die einzelnen Leute ja doch nicht, oh, jetzt empfiehlt die EU das, auf einmal mache ich mich nicht mehr lustig über Innen und Außen und keine Ahnung was, sondern es ist ja einfach, hä, finde ich strange. Also, ich verstehe das Symbol, wieder, dass es dahinter steht, klar, man möchte sagen, okay, wir wollen uns dafür einsetzen, irgendwie mehr Gleichberechtigung zu schaffen, gute, gute Idee, aber mit dem Claim, der jetzt hier steht, weiß ich nicht, ob das so der sinnvolle Weg ist. Dafür ist es zu schwammig. Aber was nicht schwammig ist, die Jagd auf Wölfe. Aua, jetzt wird es endlich ein Thema, wo wir uns auskennen. Also, die Jagd auf Wölfe soll in Regionen erlaubt sein, in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet ist. Lass uns über den Ukraine-Krieg reden oder darüber, ob Wölfe ... Können wir das einfach sagen? Können wir einfach sagen, ist neutral und gut. Ich meine, jetzt kann man hingehen und sagen, ja, was passiert, wenn es zu viele Wölfe gibt, sterben dann andere Arten in dem Wald aus, killen die alle Rehe, keine Ahnung, sollte man deswegen den Wolfsbestand quasi kontrollieren, durch Jagd, oder nicht? Oder lässt man es einfach? Also, sind Wölfe gefährlich? Tun die irgendwie was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mir ist egal. Macht das, ihr wollt. Also, ich finde es auch in dem ganzen Kontext super random, auch vor allem auf EU-Ebene und so dann wieder. Das Einzige, das ist so ein bisschen das Biologische in mir, sagt halt dann, ja gut, du hast halt mittlerweile so Nahrungsnetze und Ökosysteme von Menschen quasi beeinflusst, so, dass wenn jetzt auf einmal da irgendein Tier von außen reinkommt, wie der Wolf, wenn er sich auf einmal jetzt erholt und das ist das Ökosystem nicht mehr gewöhnt, macht ja das Ökosystem platt. Ja, das meine ich halt. Genau, aber das kannst du ja mit jedem Tier und jeder Art und jedem, das heißt ja dann so Neobiota oder invasive Arten, kannst du das Szenario quasi durchspielen und irgendwie, also ich glaube, das Problem ist, du kannst es halt nicht mehr ohne sozusagen. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo man halt sagt, wo ich jetzt sagen würde, ja, dann soll das erlaubt sein, die zu bejagen, weil wir uns einfach so eine Welt geschaffen haben, wo das irgendwie Teil des Ökosystems irgendwie ist und wenn man jetzt sagt, Rewind, wir gehen jetzt so mega zurück in, wir lassen die Natur machen, dann haben wir wahrscheinlich nur vier, fünf Arten bald irgendwie, weil wir halt irgendwie dann doch schon die Arten hier haben. Und dann sterben die Wölfe am Ende auch, weil die nichts lassen. Genau, so zum Beispiel. Deswegen würde mein Gefühl jetzt sagen, ja, in diesem, so wie der Satz da steht, macht das wahrscheinlich Sinn. Ja. Keine Ahnung. Das steht ja auch nur erlaubt. Das heißt ja nicht, die müssen, müssen jetzt alle Wölfe töten, sondern es ist ja nur, ja okay, wenn es halt außer Rand und Band gerät, soll der Wolf genauso bejagt werden dürfen wie Dammwild und keine Ahnung was, bevor der halt das Ökosystem crasht. Mein Gefühl sagt, ich stimme zu. Ja. Goodie. Oha. Beim Bau neuer Wohngebäude in der EU soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtet sein. Nein. Einfach nein. Es ist so klar, weil, ja, es klingt so gut. Es klingt, es klingt gut auf Papier. Es sagt mir so, macht es. Ja, aber, also, du kannst ja auch sagen, ja, aber ich sag halt, das ist kompletter Schwachsinn, weil, damit sagst du einfach nur plötzlich, dass jeder so ein Ding aufbauen muss, unabhängig davon, ob es für diesen Haushalt sich lohnt oder nicht oder unabhängig davon, ob man sagt, ich will diese Technologie jetzt schon adaptieren oder ob ich mach das in fünf Jahren, wenn die geiler ist. Du nimmst dann wieder, du nimmst da jeglichen Innovationszwang in die Unternehmen und die sagen, ich höre geil, ich verkaufe einfach diese Platten, die muss eh jeder kaufen, YOLO. Und wie gesagt, es gibt genug Beispiele, wo es einfach sich quasi nicht rentiert als auf manchen Dächern und entweder sagst du halt, machst es dann fair oder sagst du, okay, ich erlaube quasi Ausnahmen in dem Gesetz, dass du sagst, jeder muss, außer du hast die und die Kriterien. Das heißt, da kommt dir wieder so eine Prüfpflicht, da muss sich irgendwer damit auseinandersetzen, der Architekt oder wer auch immer muss sich damit jetzt beschäftigen und es bläht einfach nochmal wieder alles auf und bremst die Innovation von Solaranlagen und macht es wahrscheinlich am Ende langsamer als schneller. Ich verstehe deine Punkte und ich bin sogar, anders als ich das vielleicht mal gedacht hätte, da tatsächlich auch nicht zwingend dafür, weil ich das Gefühl habe, das ist einfach auch so spät jetzt. Also ich habe das Gefühl, die Leute sind einfach schon sehr offen dafür. So, wenn es halt geht, ich habe das Gefühl, jeder, der gerade ein Haus baut, lässt sich dafür beraten und wenn dann die Beratung sagt, ja, macht halt total Sinn, dann brauchst du ihn nicht dazu zwingen, weil dann sagt der Typ, der dir die Dinge aufs Dach setzt, pass auf, in zehn Jahren hat sich das Ding amortisiert, dann sagt ja keiner, oh nein, dann mache ich das jetzt nicht, weil ich finde Umwelt scheiße und finde Geld verdienen scheiße sozusagen. Also ich habe das Gefühl, da wo es Sinn macht, wird es gerade eh schon gemacht und du brauchst keine Werbung mehr dafür machen, weil ich würde sagen, das macht nur Sinn, wenn das, also wie bei dieser, in dieser Debatte mit Elektroautos und Wasserstoff, wenn man so sagt, so, ey, kommittet euch jetzt mal auf Photovoltaik bitte und wir wollen jetzt als EU ein Signal senden, das ist gut, machen wir jetzt so und ich habe das Gefühl, das ist da überhaupt nicht relevant, also das ist nicht mehr notwendig so und auch auf EU-Ebene, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie das in den anderen Ländern so aussieht, ehrlicherweise, ob das jetzt so mega, also wenn das so da ist, wie es da steht, neuer Wohngebäude, ich habe keine Ahnung, ob es in Norwegen im größten Norden Sinn macht, ein Wohngebäude mit Photovoltaik zu bauen, also, I don't know. Ich bin so auf dem Estland, das ist 90% des Jahres ist Dunkelheit, da ist einfach keine Sonne, also, was machst du, in Spanien, cool, aber machen die Leute das eh, also, ne, ja, also, da würde ich tatsächlich nicht zustimmen. Jul, was sagst du denn zu außenpolitischen Entscheidungen in der EU sollen mit Mehrheit statt einstimmig getroffen werden? Mehr außenpolitische Entscheidungen in der EU sollen mit Mehrheit statt einstimmig, gut, das heißt, ich habe schon mal gelernt, dass die EU anscheinend viele Entscheidungen einstimmig treffen muss, interessant, habe ich ein bisschen was über Politik gelernt heute und, ja, gut, das finde ich total schwer, weil dafür müsste man jetzt wissen, wie viele von für mich sinnvollen Entscheidungen wurden jetzt blockiert durch irgendwie ein, zwei nervige Länder, sozusagen, wo ich denken würde, ja, komm, das ist jetzt einfach so ein bockiges Land, ich finde die Entscheidungen, die Uda mehrheitlich treffen wollte, voll gut und die wurden jetzt blockiert deswegen und deswegen finde ich das sinnvoll oder ob es jetzt einfach, ja, also, das wäre für mich eine interessante Information, ich könnte mir vorstellen, dass das daher kommt, es gab doch mal immer diese, auch in der Flüchtlingspolitik, die Diskussion mit der Türkei, das macht ja keinen Sinn, nee, und Türkei hat nichts damit zu tun, eben, also, eben, die Türkei hat nur gesagt, nee, wir machen das einfach nicht so, wie ihr wollt, das stimmt, das haben die ja gar nicht blockiert, nee, nee, ich dachte, okay, ich dachte, es gäbe da irgendwie, dass irgendein Land da was blockieren würde, aber das war ja gar nicht, es war einfach nur, dass die gesagt haben, nee, genau, ihr könnt es gar nicht sagen, okay, nee, dann hat das gar nichts damit zu tun, ja, ich weiß nicht, ich finde einstimmig irgendwie hart, also, ich habe das Gefühl, Demokratie kann sinnvoll funktionieren, wenn es mehrheitlich ist, andererseits, dann hast du natürlich so, Photovoltaikanlagen sollen auf alle Wohngebäude, und dann sagt, hier geht es ja um Außenpolitik, also, weiß ich nicht, ah, okay, es geht über China oder sowas, okay, oder Wirtschafts, ich weiß nicht, in meinem Kopf ist gerade dieses, ich finde es nicht so sinnvoll, wenn ein Land alles blockieren kann, also, so wie diese geschworenen Gerichte in Amerika, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, wenn elf Leute sagen, die Person ist schuldig, und einer sagt nein, also, dann ist es irgendwie so anfällig dafür, dass da irgendwie so andere Interessen hinterstehen, finde ich, in irgendeiner Form, und deswegen finde ich, wenn die Mehrheit das entscheidet, und man denen jetzt unterstellt, dass die die EU auch gut finden, dann treffen die ja in der Regel mehrheitliche Entscheidungen, die gut für die EU sind, und dann, finde ich, muss das nicht einstimmig sein, sagt mein Gefühl. Ich kann noch ein kleines, wenn du überlegst. Achso, ja, was mich halt irritiert, ist halt mehr aus den politischen Entscheidungen, das heißt, es gibt ja auch welche anscheinend, die nicht einstimmig getroffen werden, stimmt, und ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, wie das, wie die Konstellation ist, ist das halt, hat jedes Land mit quasi pro Land eine Stimme abgegeben, oder ist es eher Völkungsverhältnisse, und dann, keine Ahnung, daher bin ich da neutral, ehrlich gesagt, weiß einfach nicht, ich weiß. Und ich würde einfach aus persönlicher Erfahrung mit Abstimmung sagen, mich nervt es wahnsinnig, wenn 100 Lehrer gefragt werden, können wir den Stundenplan bitte einsehen in unserer App, und eine Person sagt nein, und deswegen können 99 Leute nicht dieses fucking Stundenplan in der App einsehen, dann ist das für mich das gleiche wie außenpolitische Entscheidungen auf EU-Ebene. Gleicher Impact auf jeden Fall. So, der Flugzeugstreifstoff Kerosin soll für Flüge in der EU steuerfrei sein. Ist er das jetzt aktuell? Nicht? Scheinbar nicht, aber gibt es einen anderen Flugzeugstreifstoff? Gott, das ist wieder die Ich frage mich gerade, ob Kerosin gerade quasi besteuert wird in der EU. Das weiß ich nicht. Machen wir es mit Google. Dann würde man ja quasi die Steuer wegnehmen, Flüge günstiger machen. Aber machen wir es mit Googlen? Dann müssen wir bei jeder Frage googlen. Ne, alles gut. Soll es steuerfrei sein? Ja, nein. Kinosinn günstiger, mehr Flüge. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt gerade besteuert ist, weil sonst würde die Frage oder sonst würde der Claim weniger Sinn machen. Weil sonst würde man sagen, sonst würde eher der Claim soll zukünftig besteuert werden. Ja, ja, ja. So, ne? Finde ich oder du? Ich weiß gar nicht. Du, ne? Ich überlege gerade. Also wenn du was hast, kannst du gerne anfangen. Ich überlege gerade, was man hier abwägen könnte gegeneinander oder was die, ja. Also, ich glaube, es ist halt so, ich, auf der einen Seite verstehe ich, ne, also, mein Gefühl sagt, ich fände es ein weirdes Zeichen. Das ist so ein bisschen wie so, wir haben ja auch schon mal über Cannabis-Legalisierung gesprochen und so. Klar, so Entkriminalisierung ist super wichtig und gut und so weiter und so fort. Finde ich deswegen so das Zeichen einer Legalisierung gut irgendwie nicht. Und irgendwie finde ich das Zeichen, wenn man jetzt sagt, wir wollen gerade irgendwelche Nachhaltigzeitsziele erreichen und keine Ahnung was und jetzt machen wir den und wir zahlen CO2-Kompensationen in XY und so und jetzt machen wir Flugzeugschreibwurf quasi steuerfrei und dadurch fördern wir sozusagen Flüge, weil wir sie günstiger machen und mehr Leute quasi fliegen und es noch unattraktiver wird, sozusagen die Bahn zu nehmen oder andere Dinge, gerade für so kurze Flüge und so weiter. Hätte ich jetzt gesagt, ich finde, Fliegen kann teuer sein. Das ist okay. Ich würde halt noch berücksichtigen, ich glaube, für so Personenflüge ist das, glaube ich, gar nicht so der Riesenwurf. Was, glaube ich, viel mehr fliegt, ist ja auch Frachtgüter. Und aus der Perspektive habe ich mich halt gerade gefragt, okay, was für einen Unterschied macht es jetzt im Hinblick auch auf verschiedene, also Europa hat ja gerade immer noch dieses Thema, dass der direkte Seeweg nicht immer gut funktioniert. Länge Routen, Containerpreise sind durch Decke, Verzögerung, also Flüge könnten hier halt quasi ein Gegenpush sein, um Inflation und so insgesamt halt einfach ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aus der Perspektive würde ich sagen, ja, das ergibt Sinn. Aus der Nachhaltigkeits- und Dingsperspektive würde ich sagen, ja, echt falsches Signal. Wenn dann eher so ein taktischer Move, was ich aber nicht glaube, wenn es halt gemacht bleibt, bleibt es halt so. Da würde ich sagen, taktisch gesehen smart, langfristig gesehen, warum macht man da die Ausnahme? Also sage ich, nö, stimme ich nicht so. Ich habe mich mal gefragt, wir haben noch eine erste Frage gehabt, die EU soll Steuern erheben können. Wenn jetzt hier steht, der Flugzeugstreifer Kerosin soll für Glück in der EU steuerfrei sein. Das heißt, er kann ja auf Landesebene erhoben werden. Das heißt, die EU sagt dann quasi, ja, ihr müsst jetzt nicht, nee, ihr dürft keine Kerosinsteuer mehr erheben, wenn ihr EU-Land seid quasi. Genau, ihr könnt das halt rausstreichen, aus der Rechnung quasi. Ja, okay, aber ich glaube, wir sind uns da eigentlich. Oha. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Okay, wir sind bei Frage 12 und 38, Europol, die gemeinsame europäische Polizeiwörter Europol soll weitere Befugnisse erhalten. Es ist halt super schwammig. Also, um nochmal einen Blick zu geben, das ist natürlich, ich finde, man merkt jetzt hier nochmal, dass man zum Beispiel so Schülerinnen und Schülern, wenn man denen einfach nur so random empfiehlt, ihr habt eure erste Europawahl, ihr seid jetzt 16, go vote, macht den Wahl-O-Maten, ihr könnt eine gute, sinnvolle Entscheidung treffen bei eurer Wahl, finde ich schwierig, weil dafür ist es mittler, also ich weiß nicht, ob es früher anders war, aber es ist ja so verkürzt und so, ja, komisch formuliert jetzt, weil die gemeinsame Europäische Polizeiwörter sollen weitere Befugnisse halten, dann müsst ihr erst mal wissen, welcher hat sie gerade, natürlich, am besten Fall nimmt man natürlich den Wahl-O-Maten als Anlass, genau da zu recherchieren, nochmal was einen interessiert, ist mir noch besser, als gar nichts zu machen, aber, ja, weitere Befugnisse, ich weiß nicht, welche sie gerade haben, ich weiß nicht, welche ihnen fehlen, damit sie sinnvoll whatever tun können, I don't know. Ich würde die überspringen, tatsächlich, ich weiß einfach, oder sagt man neutral, oder sagt man, ich stimme nicht zu, hm, ich schwanke gerade zwischen diesen Möglichkeiten, zu sagen, okay, lass mal überspringen, am Ende kommen wir nochmal zurück und gucken mal, ob wir vielleicht dann noch eine Entscheidung treffen wollen oder nicht. Gut, gut, also, die EU soll länderübergreifende mehrsprachige Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärker finanziell fördern. Okay, also, ich bin jetzt Deutschland, ich habe jetzt ARD, ich mache jetzt ARD, French auch, weil ich bin, Arte oder so, Arte mäßig so, und dann sagt die EU, okay, gut gemacht, hier hast du mehr Geld für das, weil du es mehrsprachig anbietest. Oder wir ermöglichen es dir überhaupt, das anzubieten, vielleicht durch unser Geld sozusagen, damit du mehr Kapazitäten hast und mehr Leute anstellen kannst. Ich, ich frage mich halt sowieso, wieso halt, also, das Angebot finde ich sowieso schon sehr großzügig, du kannst ja jetzt mittlerweile so Spielfilme gucken und Fußball und so, und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist halt echt ein krasses Business mittlerweile geworden und wenn ich das jetzt noch expandiere, dann, ja, ich, ich finde, ich finde, nee, nee, weil, was ist der Sinn und, also, was ist der ursprüngliche so ein Zweck vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, du hast halt ein Angebot, was, was für jeden zugänglich ist und das ist halt, wird halt quasi mit dem Claim präsentiert, hey, wir sind möglichst neutral und nicht biased und so weiter und so fort und als Gegenwohl zu Privatrechtlichen, die ja in irgendeiner Form halt auch ihre eigene Agenda haben und das, für mich ist das halt so, der Scope davon ist halt, hey, ich weiß halt nicht, wie in anderen Ländern das überhaupt läuft, aber ich hätte gesagt, jedes Land kann das für sich halt anbieten, wenn es sagt, hey, wir sind dafür oder dagegen, in Deutschland ist es das, vielleicht sagt Spanien, nee, wir haben das halt nicht, okay, und wenn jetzt Deutschland aber sagt, wir machen das spanische Angebot, kriegt jetzt Deutschland quasi Gelder aus dem Gemeinschaftstopf von der EU dafür, dass unser Spanien sagt, hey, wir haben ja gar kein Interesse an, wir gucken es nicht, warum müssen wir das jetzt so querfinanzieren, ich glaube, das führt einfach zu unnötigen Reibereien und das, aber. Ja, ich könnte mir auch nur vorstellen, dass die, also ich versuche halt zu überlegen, was ist so der, warum schreibt man das in sein Wahlprogramm, was erhofft man sich, also was ist so der, was kommt dabei raus, warum will man das haben, will man damit so Desinformationen irgendwie verhindern, dass man so mehr, dass man sagen kann, ich kann jetzt irgendwie spanische Nachrichten auf Deutsch mir angucken, damit ich genau mitbekomme, was in Spanien wirklich so abgeht, anstatt jetzt nur die deutschen Medien, die irgendwie darüber berichten, so anzugucken, vielleicht sowas, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt das zwingend in der EU nicht so mega relevant ist, ich persönlich, also man kann ja mehrere Nachrichten nutzen, ich finde es auch nicht wichtig, das auszubauen irgendwie, ich finde den öffentlich-rechtlichen, ich finde es irgendwie sinnvoll, aber ich, wie du auch gerade angeordnet hast, ich finde es wichtig, dass die halt eine Nachrichten, Nachrichten sozusagen anbieten, dass man eben einfach eine weitere Quelle sozusagen hat, wo man bestimmte andere Claims mit verbindet sozusagen, ob man jetzt immer sagt, dass die so viel unabhängiger als andere sind, weiß ich nicht, kann man wahrscheinlich auch darüber diskutieren sozusagen, aber es ist einfach eine andere, nochmal eine andere Richtung, aus der die Nachrichten kommen so, und das finde ich irgendwie sinnvoll, die zu haben, und dass man das allen öffentlich zugänglich machen will, eben gut, aber ... Das Ding ist halt, du kannst ja heute schon hingehen und sagen, also gib dem Ganzen noch sechs Monate und dann wirst du auf, egal welcher Plattform du dieses Video konsumierst, jeder wird die Möglichkeit haben zu sagen, oh, ich hätte gern das da, aber mit gedubbt in der Sprache. Da wird das Thema gelöst einfach, da kannst du dir genau, kannst du dir die Tagesschau angucken, auf Spanisch, Französisch, weiß nicht, ich finish mit einem Klick. Daher diese ... Ja. Allein darüber nachzudenken, jetzt Gelder zu verteilen, gibt irgendwie nicht so viel Sinn, das ist immer gelöst. Finde ich auch nicht so sinnvoll. Ja. Stimme nicht zu bei das, ne? Also, ich hab's nicht mehr genau im Kopf gehabt. Ich glaub schon, ne? Ich hab's schon geklickt. So, die EU soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden. Nö. Wir brauchen noch einen anderen Weg dorthin, aber ansonsten ... Ja, warum sollte man das verwerfen? Also, finde ich ein bisschen strange. Also, auch wieder da vom komischen Zeichen und so. Brauchen wir nicht darüber diskutieren, glaub ich, ne? Ja. Stimme zu, hupsala. Nee, nee, nicht zu, oder? Ja, ja, eben. Nee, stimme nicht zu. Ich, ähm, manchmal ... Finde ich jetzt komisch mit der Formulierung. So, Geschlechteranteile auf Wahllisten, oje. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Anteil der Geschlechter auf ihren Listen ist. Alles andere wäre ein bisschen sexistisch, oder? Also, ja. Also, ich kann grad nicht einschätzen, wie groß das Frauenquotenproblem auf EU-Ebene ist, wie auch immer, wie auch immer. Ich finde, es gab damals einen Anlass, über die Frauenquote zu diskutieren und dass es die auch mal gab, oder gibt, keine Ahnung, ob es die noch gibt überhaupt. So, aber ich finde, das war zu einer Zeit, gefühlt vor 15 Jahren, 20 Jahren, wo man da mal so über diskutiert hat, wo ich dachte, ja, das ist wichtig, das irgendwie mal so in den öffentlichen Raum zu rücken, dass überhaupt Leute darüber reden, selbst wenn sie sagen, ich finde die Frauenquoten scheiße, denkt man mal darüber nach und hat mal so einen Blick dafür geschärft, irgendwie, das finde ich irgendwie sinnvoll. Aber ob das heutzutage jetzt noch so notwendig ist, jetzt die Parteilisten dafür, also sozusagen da, für zu öffnen und vor allem, wenn man sagt, okay, ich gehe den Gedanken mit, dass man sagt, okay, wir wollen offen sein für die Idee von, du musst dich gar nicht zwingend so jetzt irgendwie einem Geschlecht zuordnen und es ist irgendwie so ein bisschen irrelevanter, welches Geschlecht du hast, finde ich es irgendwie stranger, dann zu sagen, okay, es müssen gleiche Anteile von Geschlechtern auf der Liste stehen, weil wo fängst du denn an da, ohne wieder andere auszugrenzen und zu sagen, okay, jetzt haben wir 10 Männer, 10 Frauen, aber was ist jetzt mit denen, die sich eben nicht so richtig zuordnen wollen, muss dann auch können, muss das dann irgendwie Ich finde, das ist halt, das ist so eine Art indirekte, indirekte Diskriminierung eigentlich, wie du es auch gerade beschrieben hast. Grunde genommen würde es ja sagen, hier sind Leute, die sich als zur Wahl stellen und mir ist das mal egal, welches Geschlecht, welche Rasse, welche Sprache, welches Land, was auch immer. Menschen, die wollen gewählt werden, so. Warum sollte man, ne, weil jetzt fängst du halt an, sagst du, okay, die eine Hälfte soll Weibchengeschlecht sein, aber was heißt Weibchengeschlecht, ne, da kann man so, dann sagst du im nächsten Schritt, ja, okay, aber wir wollen auch diverses Wahlpublikum haben, das heißt, du kannst nicht immer alle Leute auf diese Liste schreiben, die weißer Hautfarbe sind zum Beispiel. Also, ich finde, das ist halt so, erstens ist es, geht so rückschrittig und zweitens denke ich mir halt so, die Parteien sollen auch selber gucken, was sind die coolen Kandidaten, was sind die, die die besten Skills haben und die halt am Erfolgsversprechen für die Partei sind und dann stellt die halt auf, unabhängig davon, was für ein Geschlecht, warum ist das Geschlecht hier der Fokus? Ich finde, das ist halt so ein bisschen so versteckter Sexismus irgendwie so ein bisschen, weil du halt das, du triffst Entscheidungen auf Basis für Geschlecht und das sollte es halt nicht sein, sondern auf Basis von Skills und Fähigkeiten und, ja. Wie gesagt, ich finde aber trotzdem was anderes, ob man die Diskussion heute führt oder ob man die vor 20 Jahren führt, weil ich habe das Gefühl, vor 20 Jahren war es eben wichtig, da irgendwie die Frauen nochmal ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und die einfach mal, also dass die überhaupt in die Chance kamen, zu beweisen, dass sie irgendwas drauf haben. Ich glaube, es gab aber lange die Zeit, wo sie halt nicht mal die Chance hatten, qua Kultur. Das mag sein, ja. Das mag sein, aber da war ja auch die Quote nicht unbedingt das, das richtige Instrument, sondern eher die Attention quasi. Genau. Deswegen. Also sollen die weiterhin freien Schweiten? Jo, stimmt mal zu. Ja. Man muss auf jeden Fall aufmerksam lesen, sonst macht man falsche Angelegenheiten. Soziale Grundsicherung. Die EU soll Vorgaben für die Höhe der sozialen Grundsicherung in den Mitgliedstaaten machen. Nee. Einfach nicht. Weil jedes Land ist anders. Jedes Land hat seine eigene Philosophie, jedes Land hat seine eigene Grundsicherungsvariante. Also nicht jeder hat das, also nicht jedes Sozialsystem sieht gleich aus. In Deutschland sieht es anders aus als in Spanien, in Frankreich, in den Niederlanden, wie auch immer. Jeder hat da seine eigene Variante. Und jedes Land hat unterschiedliche Lebensstandards auch. In einem eigenen Leben teurer. Das ist sogar von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Das ist so ein lokales Thema. Und ich finde, Grundsicherung bedeutet ja im Umfeldschluss, was brauchen die Menschen mindestens, um zu überleben, um klarzukommen. Und ich finde, da sollte die Flexibilität da sein, zu sagen, es gibt keine Vorgaben, die sagen, das ist so Mindestmaß, weil es könnte halt deinen oder anderen Städten oder Kommunen nicht passen. Das ist so ein lokales Thema, das sollte lokal gelöst werden, nicht auf der EU-Ebene. Ja, ich finde, man könnte nur sagen, das ist eines, was man noch ergänzen kann, ist, man könnte natürlich der EU im besten Fall unterstellen, dass sie natürlich sich darüber bewusst sind, dass sie nicht einfach sagen, äh, ich gucke mir Griechenland nicht an, wir machen da jetzt irgendeine Grundsicherung, die ich einfach witzig finde, sondern, dass sie natürlich sich damit auseinandersetzen und im Zweifel die Staaten aber unterstützen, diese Grundsicherung irgendwie herzustellen oder keine Ahnung was, aber trotzdem bleibt dann die Frage, wozu braucht es die, weil die Länder haben doch selber eigentlich Interesse daran, dass die Menschen eine gewisse Grundsicherung haben und ich würde mal unterstellen, dass sie die im besten Fall so hoch ansetzen, wie es für sie möglich ist und wenn sie nicht höher geht, dann machst du im Zweifel das Land anders kaputt oder keine Ahnung was tust, also ist es ein weirder Move, die zu zwingen für eine gewisse Grundsicherung, wenn sie sagen, wir können das nicht leisten oder so. Und dann fängt das wieder an, so oh, dafür gibt es eine Ausnahmeregelung, ab da mit der Grundsicherung, wenn das aufgezwungen wird, gibt es aber noch Zuschüsse, da brauchst du wieder Gelder und dann machst du halt wieder so ein Apparatus auf von Regeln und plötzlichen Prozessen, die du einführen musst und dann denke ich mir so, lass es halt, wie du gesagt hast, lass es dir einfach selber entscheiden und dann, wie du willst. Der Vorteil ist irgendwie so, wenn wir nur über EU quasi reden jetzt hier, dann musst du nicht immer Entwicklungsländer und so berücksichtigen sozusagen. Das heißt, du kannst hier, finde ich, im guten Wissen sagen, in der EU würde ich fast jedem Menschen zutrauen, aus freien Stücken auch das Land wechseln zu können sozusagen, dass er halt, wenn er sagt, ich kann hier und will hier nicht arbeiten, geht es in der Regel, natürlich gibt es Ausnahmen, aber in der Regel geht es den Menschen in den EU-Ländern, würde ich sagen, so in Ordnung, dass sie zumindest versuchen können, den Schritt in ein anderes EU-Land zu gehen sozusagen und dann da zu arbeiten und da zu leben, was vielleicht Menschen, jetzt keine Ahnung, in Kyrgyzstan oder Kasachstan können das nicht zwingend so super selbst entscheiden, weil sie diese Möglichkeiten gar nicht quasi haben vom finanziellen her. Deswegen finde ich, das brauchst du nicht. Sir. Desinformationen in sozialen Netzwerken. Betreiber sozialen Netzwerke sollen frei entscheiden dürfen, wie sie mit Desinformationen auf ihren Plattformen umgehen. Soll ich mal die Tint-Fall-Head-Keule schwenken, kurz? Gerne. Ich habe ein Problem mit dem Wort Desinformationen in dem Kern, weil das bedeutet immer im Unkehrschluss, es gibt Information oder es gibt Falschinformationen. Und ich finde, das ist ja erstmal nicht verkehrt, oder? Ich finde, das ist schon mal ein gefährliches Konzept, weil das bedeutet nämlich, es gibt eine Information, die kann falsch sein, und es gibt eine Information, die kann richtig sein. Und ich finde, dass diese Wortkonstellationen mit Falsch und Richtig oder Wahr oder Unwahr völlig ausreichend wird das Wort an sich erstmal komisch, weil es wird jetzt also das Interpretationsspielraum erstmal öffnet. Unabhängig davon ist halt die Frage, wer entscheidet oder was, also woran messen wir, ob es etwas eine Falsch- oder eine Richtige Information ist oder Desinformation oder eben eine Information. Und ja, ich komme zurück zu meiner These, die ich mal irgendwann oder zu dieser einen Konzept, die ich mal beschrieben habe, so, was passiert jetzt, wenn wir so eine Regel haben, die sagt, Desinformation, es gibt, also, Betreiber sozialer Netzwerke können nicht frei entscheiden, wie sie damit umgehen, das heißt, es gibt dafür Gesetz und eine Regel. Und was ist, wenn jetzt eine Partei irgendwie oder eine Regierung gewählt wird, die sagt, wir sind jetzt so Hitler 2.0, machen jetzt irgendwie, und wir entscheiden jetzt, was Desinformation sind. Und Plattformen müssen das quasi umsetzen. Dann fände ich das ziemlich gefährlich. Hinter dem Vorhaben, dass es eine Partei oder eine Regierung ist, die vernünftig ist und rational ist und die Menschenwerte schützt, alles cool. Aber für den Fall, dass es mal eben umschwingt, fände ich dieses Konzept ziemlich weird. Und ich finde, soziale Netzwerke sollten deswegen auch selber entscheiden dürfen, wie sie damit umgehen. Und ich finde Menschen, die dann sagen, dieses soziale Netzwerk ist nichts für mich, weil dort eben halt falsche Informationen und Faken ist, wie man es auch noch nicht halt eben verbreitet werden, das für mich als Informationsquelle nutzlos geworden ist. Dann können die selber entscheiden, ob sie das weiterhin konsumieren wollen oder nicht. So wie ich jetzt sagen könnte, ich gucke jetzt die Tagesschau und entscheide für mich, ich finde, das ist Quatsch, was die da sagen, das ist ja nicht unbiased, deswegen schalte ich dann ab. Oder ich gucke RTL 2 und sage, oh, ich finde die News hier aber ziemlich schlecht recherchiert, da sind viele Desinformationen mit drin. Aber ich finde, das ist nichts, ich bin vorsichtig mit dem Gedanken, dass irgendwer sagt, wie man damit umzugehen hat und was das überhaupt ist. Deswegen würde ich sagen, ja, soziale Netzwerke sollten lieber frei entscheiden können, wie sie damit umgehen. Nicht, weil ich sage, die sollen ernst machen können, was sie wollen, sondern weil ich vorsichtig mit der Idee bin, zu sagen, irgendwer entscheidet, was Desinformation ist und was nicht Desinformation ist. Weil das sehr schnell eine Dystopie kippt, die ich nicht so sexy finde. verstehe ich, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich sehe noch, in dieser Aussage zumindest noch nicht ganz klar dieses, okay, die Staaten, EU, wie auch immer, bannt sofort das soziale Netzwerk, sondern für mich gibt es noch so ein bisschen Abstufung gerade dem Motto, wenn sie nicht frei entscheiden dürfen, kann es immer noch nach so zwei, drei Regeln laufen, sozusagen, wie ihr müsst in eurer Plattform integrieren, diese Community Notes zum Beispiel, da keine Ahnung was. Und wenn es solche Regeln gibt, dadurch quasi der Betreiber nicht mehr frei entscheiden kann, sondern weil er gezwungen wird, wenn du deine Plattform in der EU anbieten willst, pass auf, dann musst du aber die und die Features anbieten. Dann muss dein Meldesystem funktionieren und Beiträge müssen gelöscht werden können, wenn die genug Leute quasi melden. Dann muss irgendwie die Gerichtbarkeit sichergestellt sein, nicht so nach dem Motto, naja, du hast deinen Sitz in wo auch immer und deswegen, wenn du Scheiße baust, können wir dir quasi nichts und so. Ich finde, ich finde es in Ordnung, wenn man sagt, soziale Medien haben so einen riesigen Einfluss auf unsere Jugend vor allem, aber auch auf alle anderen Menschen, muss man ehrlicherweise sagen, dass man sagt, wir wollen das nicht nur in die Hände von den Unternehmen stecken, finde ich okay, weil man sagen könnte, wenn man jetzt, wenn man die Dystopie auf der Ebene des Staates sieht, kann man genauso sagen, auf Ebene Unternehmen kann diese Dystopie eintreten, dass es ein super fieses Unternehmen gibt, das halt sagt, okay, wir machen alle mega abhängig, weil wir einen mega geilen Algorithmus haben und wir füttern die mit Scheiße sozusagen und deswegen finde ich es okay, wenn es Regeln quasi gibt, wenn man sagt, ihr wollt euer Produkt in der EU anbieten und ich muss, und ich verstehe aber auch deinen Punkt mit dem, also wer bestimmt das dann sozusagen, was Desinformation ist sozusagen, das finde ich immer so, das ist die Frage, weil ich finde schon, also Desinformation finde ich, ist auch ein Begriff, der wirkt immer eher wie so ein, da geht jemand aktiv hin und nutzt eine Information oder also eine falsche Information steckt in dem Wort, finde ich, und will damit einen bestimmten Diskurs lenken sozusagen, das ist wie so ein aktives, ich desinformiere, aber dass es quasi Fakten und nicht Fakten gibt und wir ja gerade viel haben so, naja, was passiert jetzt in der Ukraine so, dann werden Videos gepostet von vor fünf Jahren aus einem anderen Land und das sieht aus wie ein Krieg und die Menschen denken so, dann kann man schon sagen, dass eine falsche Information, die betrifft in diesem Zugang einfach nicht zu und das will ich regulieren können sozusagen und deswegen finde ich, das ist okay zu sagen, sie sollen nicht frei entscheiden dürfen, weil sie sollen sich gewissen Regeln unterwerfen, aber würdet ihr zustimmen, dass es nicht in der Regel sein soll nach dem Motto, okay, nur wenn ihr diese Information anbietet sozusagen, dann seid ihr gut bei uns und dann ist natürlich die Frage, wie machst du das clever und dann ist die Frage, traut man das zu, dass da sinnvolle Regeln entworfen werden oder sagt man dann nicht, wie ich jetzt dich verstehen würde, wahrscheinlich, ähm, gut, lass die machen und es wird sich dann nachher, die Menschen werden entscheiden, wenn die zu viel Scheiße machen, dann werden die Leute da quasi nicht mehr sein. Ja, mein Gefühl sagt, wir müssen die Leute so ein bisschen schützen, weil sie dümmer sind, als sie denken. Also mich eingeschlossen, so. Und ich will geschützt, ich will beschützt werden. Liebe Mama EU, nimm mich in deine starken Arme, schütze mich vor der Desinformation. Ja, verstehst du, was ich meine? Ich glaube, für mich ist halt so, es gibt, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Weltanschauung, die man hat, hinsichtlich auch auf, was ist überhaupt Wissen, wie funktioniert Wissenschaft und so weiter und was für mich ein wichtiger Faktor ist, ist, dass halt Wissen sich updatet mit der Zeit und Wissen halt sich weiterentwickelt und manche Fakten sind ... Ja, das ist doch bei jedem so, oder? Das würde uns keiner widersprechen. Nee, ich glaube, bis jetzt nicht, aber der Punkt, wo es halt, glaube ich, quasi jetzt auseinander geht, ist halt, was bedeutet das eben für eben die, die Härtung von Fakten, die Erschließung von dann Wissen und neuen Fakten und ich glaube, was halt gerade, was halt gerade bei so Themen, ähm, ist wie eben Krieg oder was wir bei, ne, Covid hatten oder was halt insgesamt Geopolitik angeht, ähm, oder auch alles, was, was motiviert ist durch Gier, also alle Unternehmen, was Unternehmen so treibt und so weiter, da, ähm, ist es halt oft schwierig, halt von, von Fakten zu sprechen, weil es halt zu viele Interessen gibt, die halt Dinge halt, also Informationen in bestimmte Art und Weise darstellen, Halbwahrheiten, bewusste, Verdrehung von Tatsachen und so weiter und so was und, ähm, ich glaube halt, dass das, äh, solidere System halt, das ist, was eben halt, äh, erlaubt, quasi auch, äh, Nichtwahrheiten oder halt, Nichtfakten oder kontroverse Fakten zur Öffentlichkeit zu stellen und eben zu sagen, hey, lass uns das mal als, diverse Idee mal bespielt und zu sagen, äh, weiß nicht, wann man sich darüber jetzt streitet, so sollte man, so weiß ich, wie sollte man mit dem Import von EU-Autos umgehen und so weiter, dass aber Leute sagen, ja, ich will 100% Import zoll und die anderen sagen, nee, ich will das eben nicht und die einen sagen, aber es ist doch Fakt, dass, hier hat man historisch gesehen, dass das, dass man einfach diesen, diesen, diesen offenen Diskurs fördert und halt, dazu gehören halt eben halt auch Leute, die halt sagen, die halt Scheiße haben und halt Sachen darstellen, die vielleicht auch falsch sind und, ähm, das ist so das, wo ich halt von, von mir selbst aus sage, ich hab lieber falsche Informationen und sage, das ist Blödsinn für mich selber, als dass ich jemanden hab, der sagt, du musst da so und so mit umgehen und das erlaubt wiederum, dass bestimmte Informationen halt einfach verschwinden und so weiter und wie gesagt, es hängt immer stark davon ab, wer halt, wie die Gesetze gemacht werden, wie die, äh, designt sind, ob die auf inhaltlicher Ebene sind oder eben nicht, aber ich finde halt, deswegen, ich hab diese Tendenz dazu zu sagen, nee, lass uns mal Informationen einfach da sein lassen und, äh, anders mit denen, mit potenziellen Gefahren irgendwie umgehen, als dass wir jetzt irgendwie überhaupt diesen Begriff der Desinformation einführen und damit irgendwie, äh, hantieren. Das finde ich, äh, die Frage ist, wir füllen ihn ja nicht ein, der ist ja da sozusagen, ne, das ist ja das, was passiert und dann ist die Frage, ja, aber das, aber wie ich sage, ich meine damit, ähm, also auch da wieder so, wie ein bisschen Frauenquote, vor 15 Jahren gab's das Wort nicht, Desinformation, also gab's vielleicht schon im Lexiko, aber lieber das benutzt, weil's halt irgendwie gar nicht präsent war, weil's diese, weil's diese Gefahren nicht gab, wir hatten keine sozialen Netzwerke, wo halt eben halt irgendwelche Algorithmen irgendwas steuert und so weiter und deswegen hat man gesagt, okay, vielleicht zur einfachen Sprache oder zum Sprachgebrauch führen wir jetzt dieses Wort ein, Desinformation. Aber ich find das halt, als Konzept, find ich's halt nicht richtig, weil das impliziert halt, dass irgendwie die Möglichkeit gibt zu unterscheiden zwischen, äh, das ist die Wahrheit, das ist die Nicht-Wahrheit und ich find das halt, das ist halt etwas, was halt über Zeit sich verändert. Vor Jahren dachte man, X, dann macht man Wissenschaft und dann ist diese Information, wird neu gelabelt und ich finde, dass einfach vom Sprachgebrauch her gibt's elegantere Möglichkeiten, die zu sagen, hey, das war damals unsere These, die war bestätigt oder nicht und jetzt hat man festgestellt, das war, ist gar nicht so, das ist die neue, bessere Erklärung für den Sachverhalt und jetzt, und ich find einfach, das ist das Informationsprozept. da bin ich total bei dir. Das ist was irgendwie, ja, mit Kerl einfach anders. Bei wissenschaftlichem Diskurs bin ich natürlich total bei dir und sag, okay, klar, Wissenschaft entwickelt sich weiter und so weiter und so fort, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es den Begriff Desinformation damals in der NS-Zeit zum Beispiel schon gab, wenn dann die Plakate da hängen mit, der Jude vergiftet oder Brunnen und so, das ist ja dann nicht nach dem Motto, ja, es ist ein wissenschaftlicher Diskurs und was ist, wenn das in zehn Jahren überholt ist und dann vergiftet, der hat ja doch die Brunnen vergiftet sozusagen, sondern es ist ja einfach, dass Menschen hingehen, um im Zweifel Politik zu betreiben oder aus Politik, dieses, was wir damals auch in Geschichte gelernt haben, ne, such dir ein Feindbild woanders und sonst schafft dir quasi eins, wenn du Probleme eingeladen hast. Also ich glaube, das Prinzip Desinformation gibt's schon. Ne, das hat man doch früher anders genannt. Da hat man gesagt, das ist Nazi-Propaganda. Vielleicht Propaganda oder wie auch immer, genau. Aber ja gut, also ob da jetzt Propaganda oder Desinformation stehen würde, finde ich wahrscheinlich ziemlich ähnlich vielleicht. Ich finde das ist das gleiche Konzept, nur anders benannt. Ja, aber ist das dann ein Problem? Also ich würde jetzt schon, wenn da stehen würde, wie sollen Plattformen, sollen die frei mit Propaganda umgehen dürfen? Da würde ich sagen, ja, nee. Die sollen nicht frei mit Propaganda umgehen dürfen. Das sollte Regeln geben, das ist halt, das ist das, was, 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 was halt triggert, als es gefährlich ist halt, wer entscheidet, was Propaganda ist und was nicht Propaganda ist. Ja, in dem ist halt, ja, ich glaube, du kannst, also ich würde auch sofort sagen, es darf keine inhaltlichen Regeln geben. Ich glaube, es ist unmöglich, inhaltliche Regeln zu schaffen, weil wie willst du die abstimmen? Wie willst du sagen, also weil die sich ja immer weiterentwickeln. Deswegen kannst, also in meiner Welt, kann sich da keine inhaltliche Regel daraus ableiten, sondern nur eine Regel, die gewisse Prüfmechanismen einleitet sozusagen. Und dann, klar, würde man, könnte man sagen, wer prüft das denn dann? Wer sind die Menschen, die das prüfen? Ja, und das ist dann wieder das, wo ich sagen würde, gut, da muss ich halt mein Vertrauen gewissen Menschen aussprechen, dass sie sagen, okay, wir prüfen das möglichst unabhängig, wie auch immer. Und das können auch mal, ja, also, ja, aber ich sehe da nicht den einen Staat, der auf einmal die Regeln macht und der sagt, das sind desinformations, das nicht, sondern eher, wie prüfen wir einfach generell Beiträge? Wenn die halt immer wieder gemeldet werden, dann müssen wir die einfach überprüfen. Und das ist so eine Regel, die sich auch abhält für mich. Aber, ja. All right, dann sage ich das. Du schüttest zu. Ja, zu. Ja. So, wir sind wieder in der Natur. Das ist so geil, wie das immer wechselt, ne? Von Tag to Natur, Tag to Nature, ja. In der EU sollen mehr Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Keine Ahnung. Tendenziell nein, weil ich mir denke, hey, vielleicht findet man Lithium dann irgendwann und dann sollte man es halt nicht mehr als Naturschutzgebiet sehen. Auf der anderen Seite, ja, ist cool, ich mag Naturschutzgebiete, ich gehe da gerne spazieren und so, ist voll nice. Also bin ich neutral. Ich kann es nicht einschätzen. Ja, ich finde es irgendwie ganz schwer, also ich finde es auch irgendwie schwierig anzuschätzen, weil es ist wieder so was, das klingt ja so eine Sache wie, wer kann da denn nein sagen? Also wieso sollte man nein zu Naturschutzgebieten sagen, aber natürlich nur, wenn sie sinnvoll quasi gebildet werden sozusagen. Wenn da jetzt nicht auf einmal, man kennt das ja so, nicht auf einmal werden dann irgendwie, muss das Dorf umziehen, weil dann auf einmal der Nistvogel sich daneben eingenistet hat oder keine Ahnung was. Also natürlich in dem Sinne nicht, aber wenn man dadurch quasi bestimmte Ökosysteme besser bewahren kann und dadurch sagen kann, okay, wir, also genau, wir haben dadurch die Möglichkeit, dieses Gebiet zu schützen, finde ich das sinnvoll, aber ich kann ja nicht einschätzen, sind jetzt schon genug quasi ausgewiesen, müssen das mehr werden? I don't know. Ja, auch das, ich finde das eher so ein, ich glaube, ich gehe nochmal zurück, ich glaube, das ist halt eher so was, wo du halt selber für dich sagen kannst, hey, ich als Kommune, als Land, bin ich da bereit, ein Autoschutzgebiet zu machen und warum sollte EU das eben entscheiden oder halt, aber das sagt die These ja auch nicht, die sagt ja, in der EU sollen, das heißt, wer das entscheidet, steht hier nicht mehr drin. Genau, der ist entscheidest egal. Ich bin auch neutral. Also, ja, schwer zu sagen, also, ich glaube, das nächste ist relativ straightforward, also relativ klar, glaube ich, EU-Fördermittel für Mitgliedstaaten, die Regeln und Werte der EU verletzen, sollen weiterhin zurückgehalten werden. Ja, wenn du dich nicht an die Regeln hättest, dann sollst du auch kein Geld bekommen. Klar. Stimmt so. Ja. Also, das verstehe ich auch nicht. Also, ja, also, brauchen wir natürlich nicht diskutieren. Das nächste ist wieder ja, ist so geil, wie das immer so wegkommt. Wen haben die denn da im Kopf, weißt du, wen die da im Kopf haben? Also, wer ist denn gerade der, die das Verletzte, weiterhin Verletzte, wo werden da gerade gelegt? Weiß ich auch nicht. Okay. Okay. Back to war. So ein guter Mix, so in der, du machst das nicht so Themenblock, sondern so, denk mal im Wald und dann Krieg. At the same time. Ja. Es regt dann immer wieder so ein bisschen an, so kognitiv, dass man halt nicht einschläft beim Durchklicken. So. Die EU soll mehr Waffen für die Ukraine finanzieren. Superschwer. Wenn das dazu beiträgt, Frieden zu stiften, ja. Wenn das nicht dazu beiträgt, Frieden zu stiften, dann nein. Tut es das? Ich weiß es nicht. Also, habe ich, also, ich glaube, ich könnte das Gleiche sagen, wie ich vorher gesagt habe, bei der EU-Beitrittsfrage und der gleichen Argumentation. So. Soll halt Frieden reinkommen. ASAP. So. Wenn Waffen dazu helfen. Ich glaube, da haben wir beide auch neutral gesagt, ne? Ich glaube schon, ja. Ähm. Ja. Das würde mir hier genauso gehen. Ja. Weil, also, ja. Ich finde, es gibt so viele, also, ja. Ich finde, es gibt einfach viele Pro- und Kontra-Argumente und ich sehe mich nicht in der Lage abzuschätzen, was die richtige Entscheidung dafür ist. Ich glaube, wir haben alles zu gesagt, ne? Ja. Okay. Die zulässige... Senkung der Fischfangquote. Ja, okay. So. mehr Fisch. Die zulässige Menge an Fischen, die in EU-Gewässern gefangen werden dürfen, soll gesenkt werden. Ich mag keinen Fisch. Ich finde es gut. Ich mag Fisch und ich finde, Fisch ist ein wichtiges Lebensmittel. Ähm. Ich weiß, also, das ist halt das Tricky-Ger hier. Für das, also, haben wir aktuell gerade ein Problem, dass halt Überfischung stattfindet und die Gewässer leer sind? Fragezeichen. Ich hätte vom Bauchgefühl gesagt, haben wir nicht tatsächlich, weil ich glaube, es gibt schon relativ viel... In den EU-Gewässern. Es gibt schon relativ viel so, ähm, Tierschutz und auch Artenschutz, dass da die Fischer nicht verschwinden. Deswegen soll gesenkt werden. Aus meiner Sicht, nee, lass lieber Leute Fisch essen, weil... ein gutes Lebensmittel für viele Menschen. Daher. Hm. Ja. Ich... Ich könnte mir vorstellen, dass... ähm... Wir gerade, glaube ich, keinen Mangel an Fischenden in den EU-Ländern haben, sozusagen. Also, das... Also, die zulässige Menge soll gesenkt werden. Würde ich sagen, finde ich okay, dass die gesenkt werden kann. Also, gesenkt wird. Ich glaube, wir haben gerade kein Unterangebot, an Fisch. Und ich finde... Also, ich könnte mir vorstellen, Ökosystem, bla, Gefahr, Zukunft, Meeresspiegel, wie auch immer. Die Alternative ist, wenn du das aber senkst und es gibt halt mehr Nachfrage als Angebot, dann wird man A sagen, lohnt es sich überhaupt mit dem Kutter noch rauszufahren? Ich darf hier noch die Hälfte mitnehmen. Das heißt, lohnt es sich vielleicht nicht mehr, dann eben in der Nordsee zu fischen oder so? Keine Ahnung. Oder? Und die andere... Wir importieren einfach. Wir holen uns dann einfach aus, weiß ich nicht, Asien. Was auch. Und das ist halt dann... Ist ein gutes Argument. Balance fürs Klima und so weiter. Wenn du damit argumentierst, ist halt die Frage, ja gut, sollen wir die da in ein Flugzeug packen, wo Kerosinsteuer abgeschafft wurden, um die Reise fliegen? Also, ja. Ja, ich finde das ein gutes Argument und vor allem, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es EU-Gewässer sind, könnte ich mir vorstellen, dass es da schon relativ okaye Regeln für gibt. und dadurch würde ich mich jetzt, das ist ein guter Punkt, würde ich mich darauf verlassen, dass der Fischfang in EU-Gewässern noch der beste Fischfang wahrscheinlich sozusagen ist. Ist schon sehr gut reguliert. So, genau. Und dann besser da den Fisch her als woanders her. Ja. Ja, finde ich sinnvoll. Deswegen, du hast mich überzeugt bei dieser wichtigen Frage. Nächste ist die Trump-Frage eigentlich. Die Einführzölle der EU auf chinesische Elektroautos sollen erhöht werden. Jetzt muss man ein bisschen Spieltheorie, glaube ich, machen. Okay, was ist der aktuelle Status Quo? China baut bessere Elektroautos. Fakt. Keine Desinformation. Besser im Sinne von günstiger, gerade BYD baut halt die sehr günstige und gute Elektroautos. China rollt damit jetzt quasi gerade noch nicht so international aus, aber die planen das. Das heißt, in den nächsten Jahren wird es wahrscheinlich dann das Angebot geben und man kann plötzlich chinesische Elektroautos in der EU kaufen. Auf der anderen Seite hast du dann die EU-Autohersteller. Gab es Renault, Peugeot, VW, Audi, früher Volvo, mittlerweile chinesisches Volvo. Also, italienische Autohersteller, ganz viele. Du hast Seat, du hast Skoda, alles VW, aber in Spanien und so weiter. Das sind extrem viele Werke, extrem viele Menschen, die dort arbeiten und die haben alle das gleiche Problem. Die haben irgendwie das Verpennt, Elektroautos jetzt schnell genug aufzubauen und die Kapazitäten und die sind dann entsprechend teuer und leichtungsschwach quasi. Das heißt, man würde quasi durch diese Einführszölle sagen, okay, wir machen elektrische Autos, Elektroautos aus China teurer, was zur Konsequenz hat, dass unsere Autos dann relativ zu den Steuern halt günstiger werden, zu den Zollsteuern und dadurch können die wieder konkurrieren, weil der Preis wird dadurch quasi manipuliert. Das heißt, du würdest deine eigene Wirtschaft steuern. Gleichzeitig, der größte Absatzmarkt für VW und Mercedes und BMW und Co. ist China. Also, wenn China sich dann denkt, ey, das ist aber gar nicht so sexy, dann könnten die das gleiche halt machen für reguläre Autos oder könnten halt eben in irgendeiner anderen Art und Weise quasi ihren Absatzmarkt China unattraktiv, also abschirmen. Das heißt, es ist die Frage, welcher Sprit es war, da schützt du deine eigenen Autohersteller versus riskierst du, dass diese gleichen Autohersteller in China nicht mehr den gleichen Absatz machen können. Knifflige Situation. Aber würde Subventionswilli nicht eigentlich sagen, das ist ja im Prinzip wie eine Subvention, du förderst quasi künstlich deine eigenen schlechten Autos sozusagen, also dass die gekauft werden, wenn es das andere gute Autos gibt, deswegen ist man eigentlich dagegen. So, das hätte ich jetzt gesagt, würdest du jetzt sagen eigentlich. Ja, es sieht nur so echt sehr scheiße aus, aber ich würde trotzdem dabei bleiben und sagen, hört auf damit, diesen Zoll, dieses Zollspiel zu spielen, das endet halt für niemanden gut und ich habe eher die Hoffnung, dass man sich da, dass die Autohersteller sich aufraffen können und halt schnell genug kompetitiv gute, günstige Elektroautos auch in Europa bauen, produzieren und damit quasi konkurrenzfähig bleiben. Es sieht zwar nicht so gut aus im Moment, aber ich glaube, das kriegen die noch hin, wenn die sich jetzt mal ein bisschen aufrappen. Daher soll erhöht werden. Nö. Würde ich auch eigentlich sagen. Also ich finde das, was du gesagt hast, absolut plausibel. Ich finde es irgendwie, also klar, Auto ist mega wichtig für die Wirtschaft in der EU, aber da ist, glaube ich, so ein Eigeninteresse dran, nicht zu verkacken, dass sie jetzt Wege finden, das nicht zu verkacken. Ein Weg war zu sagen, wir müssen ein bisschen Lobbyarbeit machen und diese Zölle durchschrauben. Achso. Okay. Ja gut. Aber gut, dann gehen wir nochmal auf die ganze Privatebene. Ich finde es eigentlich gut, wenn ich eine Auswahl an guten Elektroautos habe, sozusagen. Also, und ich finde es cool, wenn mehr Leute Elektroautos fahren und wenn BYD jetzt einfach gute Autos baut und günstig und wir dadurch mehr Elektroautos in Deutschland haben, finde ich es erstmal cool. So. Dieser Wirtschaftsaspekt ist natürlich total wichtiger, den ich aber nicht, also, den kann ich nicht bis zum Ende absehen. ob das jetzt die rettet, wenn die höher werden, die Einfuhrzölle, die Autobauer. Genauso kann ich nicht einsehen, ob die die kaputt macht, wenn sie nicht eingeführt werden. Aber aus Privatkonsumenten-Perspektive finde ich es cool, wenn wir gute Elektroautos auf dem Markt haben. Günstig. Von Elektroautos zu Schwangerschaftsabbrüchen. Ei, 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 ei. Die EU soll sich dafür einsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen Mitgliedsstaaten straffrei möglich sind. Und das impliziert, dass es in manchen Mitgliedsstaaten halt nicht straffrei möglich ist. Das heißt, das heißt aber die Frage, was bedeutet jetzt Schwangerschaftsabbruch genau, ab welcher Woche, Monat und so weiter. Ja. Ich glaube, hier kann ich nur so aus Prinzipien-Sicht entscheiden. Vom Prinzip her würde ich sagen, die Länder sollen das selber quasi entscheiden können, wie sie das regeln, weil es halt ein sehr kulturell sensitives Thema ist. Das hat damit zu tun, was ist zum Beispiel auch die Religion in dem Land, was sind da die Grundsätze. Und ich finde, das sollte halt die Freiheit des einzelnen Landes halt noch da sein, zu sagen, hey, wir handeln das wie folgt und wir entscheiden das über unsere eigene Gesetzgebung. Und wenn das, ich sage mal, jetzt mal eine übertriebene, nicht korrekte Karikatur, aber wenn jetzt das römisch-katholische Italien sagt, so für uns das ist ein No-Go und alle in dem Land sagen, ja, das ist für uns ein No-Go, dann sollte die EU nicht sagen, doch, das ist jetzt ein Go für euch. Dann werden die nur pisst auf die EU, weil die sagen, das ist halt nicht unser Ding und wir niemand, also in unserer Demokratie will das niemand, also handeln wir das so. Das wahrscheinlich auf Individualebene für einzelne Leute in bestimmten Konzertionen, und die sagen, ich habe halt Folgendes erlebt und deswegen will ich unbedingt diese Schwangerschaftsabbrüche. Das ist wahrscheinlich eine Katastrophe, aber ich finde, dass, wie gesagt, aus Prinzip sollte das jedes Land für sich selber entscheiden, aus meiner Sicht. Ja, ich finde, dadurch, dass die Formulierung noch so ein bisschen weicher ist, die EU soll sich dafür einsetzen, finde ich, das kann man unterschützen. Ich finde man, also ich würde jetzt sagen, ich finde, ich kann es unterschützen, dass die EU sich dafür einsetzt, dass Schwangerschaftsabbrüche von den Mitgliedstaaten straffrei möglich sind, finde ich, ja, setze ich dafür ein, wenn das Land dann das völlig verweigert, keine Ahnung was, ja gut, dann ist das eben so, aber dann hast du es eben probiert, einen Wert, den ich als sinnvoll erachte, als Wähler, Privatperson, dann hast du den versucht, so ein bisschen schmackhaft zu machen, wenn du es nicht hinkriegst. Das war diese Empfehlungsgeschichte vorher auch. Ja, deswegen finde ich es okay, wenn die sich dafür einsetzen, wenn man sagt, okay, pass auf, du willst in die EU kommen, das sind so unsere Werte, unser Wert ist das. Wenn du jetzt nicht bei allen zustimmst, kannst du trotzdem kommen, aber bei den meisten solltest du zustimmen, dafür stehen wir, dafür finde ich es okay. Dauerhafte Grenzkontrollen, es sollen wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden. Auf keinen Fall, was ist denn mit denen los? Voll unnötig. Du musst ja wieder, wenn ich dann Urlaub war nach Österreich, muss ich dann eine halbe Stunde extra stehen, für was? Nee, komm. Nein, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, welches Problem gelöst sein soll. Das macht das auch für die Logistik voll anstrengend. Da musst du ja bezweifelt auch dann, also das bedeutet ja für alle, nicht nur für deinen Urlaub, sondern auch für die ganzen Transportunternehmen, die die Solaranlagen, die in Polen gebaut werden, nach Köln bringen. Dann hängen die da irgendwo bei Berlin irgendwo und stehen da 15 Stunden. Für was? Was wollen die, genau, also hast du eine Idee, wollen die da Waren kontrollieren, weil die sagen, es wird zu viel geschmuggelt, oder wollen die Menschen kontrollieren? Ich glaube, es ist eher menschenmotiviert. Ich glaube, das kommt aus einer ganz bestimmten Ecke, diese. Aber in beiden Cases glaube ich nicht, dass das, also wenn es ein Problem gibt, im Einzelfall, ist glaube ich, dass Grenzkontrollen nicht die Lösung sind, sondern es gibt andere. Okay. Ja. Das ist ja völlig Quatsch. Bestimmen nicht zu. Oh Gott, wie nervig das wäre. Volksabstimmung bei Neumitgliedern. Die Aufnahme neuer Staaten in die EU soll in allen Mitgliedstaaten durch Volksabstimmung gestätigt werden müssen. Gut, dann wäre wieder die Frage, Volksabstimmung, was für eine Mehrheit brauchst du? Einfache Mehrheit, blabliblub. Gut, ist aber neben Diskussion irgendwie, ist jetzt ein bisschen egal, geht ja eher ums Prinzip. Ich finde das irgendwie nicht wichtig. Ich finde es, ich finde es halt in der Hinsicht, man hat, also, man hat ja im Grunde genommen, eigentlich hat man ja Kriterien, wann man sagt, du kannst jetzt Mitgliedstaat werden oder nicht. Die sind ja schon, sagt man, ratifiziert, also sie sind ja bestätigt, die stehen ja auf Papier und dann sagt man, du musst mindestens, ne, die Staatsverschuldung, du musst die und die Werte haben, deine, ne, blablabla. Im Grunde genommen ist ja die Aufgabe dann zu sagen, jemand sagt, ich will, ich will beitreten, dann guckst du auf diese Liste und sagst, ja, check, 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 und ja oder nein. Das heißt, man würde damit auch sagen, selbst so eine direkte Demokratie ist eigentlich ganz nice, aber in dem Fall würde ich sagen, es gibt halt schon das Prozedere und System und es passiert alle 15 Millionen Jahre mal, das, ähm, daher weiß ich nicht, ob das irgendwas ist. Ich glaube nicht, dass das die Qualität der Entscheidung verbessert, wenn man sich an die Kriterien hält und es ist ja selbstverständlich. Das sehe ich ganz genau so. Ich glaube, wir haben ja schon mal drüber übersprochen. Ich finde, so Volksabstimmungen finde ich, also so direkte Demokratie finde ich viel sinnvoller auf so Ebenen wie, soll hier eine Fahrradstraße irgendwie hier vor der Haustür, also auf so kommunaler Ebene, da kann man das irgendwie, finde ich mal sinnvoll erproben, aber auf EU-Ebene, also, was für Entscheidungen, also das finde ich irgendwie eine weirde Entscheidung, dass ich entscheiden soll, soll das jetzt irgendwie reinkommen, also es sind doch so viele Punkte, die damit zusammenhängen, die doch kein Individuum so sinnvoll oder die wenigsten jetzt so durchdringen können, dass sie wissen, okay, wenn jetzt Finnland, wenn ich jetzt verhindere, dass Finnland in die EU kommt, dann verbinde ich damit das und, also finde ich Quatsch. Ich glaube, beim nächsten sind wir uns auch schon einig, da hast du schon die Antwort gegeben. Warte, da stimme ich nicht zu, die Aufnahme der Studenten sollen. Ja, genau. Ja, so. Die EU soll den Anbau von weiteren getisch verändernden Pflanzensorten erlauben. Cool, next. Also, im kontrollierten, also im kontrollierten Maße. Ich finde, also, das ist halt immer das Problem, es hängt immer die Dystopie dran, dass da irgendeine Scheiße drin ist und dass das irgendwie Unternehmen scheiße mit Bauern und so weiter, aber das ausgeklammert, klar, Gentechnik sollte nicht grundsätzlich verboten sein. Folge, bloß hier. Uha, jetzt sind wir als beiden Experten für die nächste Frage. Gewalt gegen Frauen, Geschlechtsbetriebsgewalt gegen Frauen soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Geschlechtsbetriebsgewalt gegen Frauen soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Das heißt, ich habe ein Recht, Asyl zu ersuchen, wenn ich in meinem Land wegen meiner, wegen meines Geschlechts, äh, Gewalt erfahre. Das gibt für mich total Sinn. Einer der sinnvollsten, also, einer der sinnvollsten Asylgründe ist, wenn ich als, also, wegen meiner Hautfarbe, Geschlecht oder irgendwelchen Körpermerkmal, Gewalt erfahre. Ich hatte deswegen, ich, ja, ja, wenn jetzt stehen würde, wenn ich jetzt irgendwie gebobbt werde oder so, was soll man das bedeuten, würde ich sagen, okay, aber Gewalt ist schon relativ klar. So, wenn du jetzt, geschlagen und gefoltert wirst, in deinem, wo auch immer du jetzt wohnst, sagst du, ich komme nach Europa, um halt, ja, äh, warum war das so? Ich wundere, warum man das spezifizieren muss. Genau, also, weil du kannst doch flüchten, wenn du Gewalt erfährst. Du kriegst Asyl, wenn du Gewalt erfährst, auf einem gewissen Maß, so. Und wurde das vorher exkludiert? Wurde dann gesagt, nein, weil Frau, Gewalt gegen Frauen gehört ja dazu bei manchen Ländern, wie auch immer, deswegen ist es egal. Wenn wir jetzt in so einer Parallelwelt leben würden, das wäre so ein, es gäbe ein Land, wo quasi die Amazonen herrschen und wo Männer quasi die ganze Zeit ausgepeitscht werden, wie so Tiere im Stall gehalten werden. Ich würde sagen, da können auch Männer, die systematisch quasi Gewalt erfahren, also, und ich glaube, dass in der Realität ist es ja, in unserer Universum ist es halt anders, dass Frauen halt eher da, äh, Gewalt erfahren als Männer. Aber da habe ich gedacht, das ist für mich so, du flüchtest ja, warum flüchtest du aus dem Land? Weil du, weil du in irgendeiner Form quasi unterdrückt Gewalt erfährst, irgendwas so. Durch Krieg oder durch andere Gründe. Also, gut. Wäre komisch. Okay. Urheberschutz, oha. Urheberrechtlich geschützte Werke, zum Beispiel Fotos, Musik, Literatur, sollen in der EU für nicht kommerzielle Wecke kostenlos verwendet werden dürfen. Ich glaube, das ist ein theoretisches Konstrukt. Macht man damit nicht die ganze Industrie platt? Aber was soll das denn überhaupt sein? Also du kannst nicht kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden. Das heißt, das wenn jetzt... Moment, das heißt ja nur, also mein Verständnis wäre, ich kaufe mir jetzt ein Buch und ich habe nicht, also nicht, also erstmal verwendet werden heißt ja, ich kann es ja, muss mir das ja trotzdem kaufen. Ich kriege das ja damit nicht gratis, nur weil es... Genau. Weil sobald es mir jemand gratis gibt, ist es ja kommerziell und für den Preis null, also es ist... Das bedeutet, ich habe jetzt, ich habe jetzt ein Musikstück und ich mache jetzt eine Gartenparty. und ich lasse das spielen. Ich habe keinen Eintritt genommen für die Partys. Also darf ich es kostenlos diese Musik spielen, weil es nicht kommerzielle Zwecke sind. Aber passiert das nicht schon? Vielleicht gibt es Länder, wo es nicht ermöglicht ist oder so? Keine Ahnung. Wohebricht geschützte Werke sollen in der EU für nicht kommerzielle Kosten oder kostenlos verwendet werden dürfen? Also es gibt halt gar nicht so viele Szenarien, wo es nicht kommerziell und daher... Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, meinetwegen, warum muss das reguliert werden? Und ich glaube, ist das nicht auch da wieder so, jedes Land macht es, wie es Bock hat, für sich so ein bisschen? Also ich weiß nicht, warum das EU-Thema ist. Ich verstehe da den höheren... Vielleicht gibt es da so einen höheren Sinn. Ich trinke es noch nicht ganz. Aber ich hätte jetzt einfach gesagt, was ich nicht verstehe, was ich nicht denke, was man unbedingt braucht, muss auch nicht reguliert werden. Daher. Also deswegen sagen wir was, aber ich bitte... Also ich habe gesagt, stimme dich zu. Ach so. Ja gut, aber wenn man jetzt nicht zustimmt, könnte das ja auch bedeuten, dass man da jetzt irgendwas für einführen soll. Ich weiß ja nicht, wie es gerade... Also wenn man sagt, gerade ist es so, dass die kostenlos verwendet werden können und ich stimme nicht zu, heißt, naja, für die Gartenparty soll jetzt in Zukunft aber dann auch bitte eine Abfahrt werden. Nee, das ist richtig. Nee, ne? Schwierig. Je nachdem. Ja, keine Ahnung. Ja. Egal, ist jetzt gegambelt. Mein Gefühl sagt eher, genau, mein Gefühl sagt eher Stimme zu. Also es soll möglich sein, weiterhin für mich, weil in meiner Welt ist es gerade möglich, sozusagen. Ja, wir sind wieder beim Thema. Abbau der Sanktionen gegen Russland. Die Sanktionen der EU gegen Russland sollen abgebaut werden. Das ist so witzig, wie man so ein komplexes Thema auf so eine einfache These wenn die zufrieden führt. Ansonsten nein. Also es ist wieder... Also genau. Ich finde Stand jetzt nein. So, das Erasmus-Plus-Stipendium für Aufenthalts... Nein, Auslandsaufenthalte, Jesus, soll Studierende, die über wenige finanzielle Mitfügungen höher sein. Also ich will ein Auslandssemester machen. Ich habe nicht die Kohle. Ich beantrage Stipendium. Ein Stück mehr Beitrag. Ja. Soll ich schatten? Ja, ich überlege gerade noch. Ja, also ich kenne das Erasmus-Plus hier auch aus der Schule und so. Und das ist was, was ich immer nur höre, was super coole Erfahrungen sind, was super sinnvoll und super wichtig ist von Chiara, die Auslandsaufenthalte in ihrem Studium und so. Das war jetzt nicht Erasmus-Plus, aber so. Ich habe es nie gemacht, großartig, aber alle erzählen, dass es super bereichernd ist und wenn, also und jetzt könnte man ja sagen, ja okay, kriegt einfach jeder Geld in den Arsch geblasen. Nee, also solche Stipendien werden ja auch geprüft, also du musst es ja irgendwie beantragen und das ist ja gewisse Dinge gekoppelt und wenn es halt kein Geld gibt, gibt es kein Geld, aber ich finde, wenn die EU irgendwas fördern sollte, dann den kulturellen Austausch zwischen ihren Mitgliedstaaten sozusagen und auch im Zweifel mit anderen Staaten so, aber dieses, das ist ja ein cooler Benefit, den die EU eben bieten kann und sagen kann, hey, pass auf, wir sorgen dafür, dass wir eben weniger Fremdenfeindlichkeit und mehr Offenheit gegenüber der Welt sozusagen haben, indem ihr die einfach mal seht und das wollen wir möglichst vielen Leuten ermöglichen und nicht nur, weil du kein Geld hast. Also ich finde, das macht Sinn. Ja, ich glaube auch, also ich habe das ja selber gemacht und ich habe damals war leider Erasmus nicht, die Uni an der ich biebbar war halt nicht für Erasmus qualifiziert. Das heißt, ich kann auch bestätigen, da gibt es ja eine Art Prüfmechanismus und Regeln, bla, und ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade, dass man sagt, okay, das Problem ist halt auch im Grunde genommen, dass sich halt auch die Rahmenbedingungen jetzt verändert haben, man hat jetzt einfach höhere Kosten für sein Ausnahzsemester und so weiter und so fort, da ist für mich klar, macht das Ding ein bisschen höher. Das ist jetzt auch nicht die Ultra-Ausgabe, glaube ich, so im Prozent gerechnet, daher why not, let's go. Vor allem steht ja auch, die über weniger finanzielle Mittel verfügen und das ist ja das, was man ganz häufig in Schulen eben auch beobachtet, wer macht die Ausnahzsemester? Die, wo die Eltern rich sind, oder die sich halt leisten können. Das ist aber das so ein bisschen, was ich jetzt aus Erfahrung sagen würde, dass die, die nicht viel Mittel haben, machen im Zweifel nicht solche Sachen. Und ich glaube, das wäre ein cooler Anreiz zu sagen, gerade denen sowas auch zu ermöglichen. Ja, es wird ja auch geprüft, daher ist easy. Die EU soll Atomkraft weiterhin als nachhaltige in irgendwelche Fälle einschufen. Yes. Also, ich finde es spannend, dass es als nachhaltig eingestuft wird, weil ich dachte immer, dass es nicht nachhaltig ist, wegen des Atomnimmels sozusagen, der gerade ja noch Thema sozusagen ist, der halt nicht einfach weggefressen wird von geilen Bakterien, wie vor 20 Jahren mal gehofft und immer veröffentlicht wurde. Deswegen, ich bin da so ein bisschen neutral, weil es geht ja um die Einstufung als nachhaltige Energiequelle. Und ich finde, es ist eine Energiequelle und die kann auch unter gewissen Maßnahmen eben legit sein sozusagen. Aber ob es jetzt nachhaltig ist, finde ich, dafür müssten wir erst jetzt eine Lösung für den Atommüll sozusagen haben, damit ich sagen würde, ja, es ist halt nachhaltig. Ich weiß halt was, also ich vermute, was halt daran hängt, wenn du es eben nicht, wenn du es quasi jetzt plötzlich rausnimmst aus der Kategorie, dann gibt es wahrscheinlich zig Regelungen und Gesetze, die sagen, wenn etwas nicht nachhaltig ist, muss es wie folgt behandelt werden. Und ich glaube, du müsstest dann sehr, sehr viel Aufwand betreiben, quasi Atomkraft immer noch den gleichen Vorteil zu versehen, die es durch die nachhaltige Kategorisierung gerade hat. Und ich glaube, dass es jetzt einfach gerade in der aktuellen Situation lasst es so. Und ich habe, weil ich ja auch drüber nachgedacht habe, dass, weil du jetzt, sagen wir mal, du hast, wir reden über regenerative Energien, die quasi theoretisch nie ausgehen. Also zum Beispiel Solar. Also die Solarpanels ja auch nicht auf ewig. Also weißt du, ich meine, zum Beispiel du sagst, oh, die verursachen auch Müll sozusagen. Ja, die müssen ja auch ersetzen. Also so eine Nahanlage hält vielleicht, weiß ich, 10, 20, 30 Jahre, danach geht die kaputt, so wie alle Geräte, wie ein Auto irgendwann verschleißen und so. Das heißt, dieser Aspekt, es ist für immer quasi da, das ist halt auch nicht wahr für zum Beispiel Wärmepumpen oder Solaranlagen, weil die gehen ja auch irgendwann kaputt, die musst du auch austauschen. Und da auch, da dieser ganze Recyclingzyklus und wie geht man damit um. Aber an sich gebe ich dir recht, von der Argumentation her, es fühlt sich nicht auch nachhaltig an, weil es halt nicht auf ewig ist und verbrennt es ja eigentlich oder benutzt einen Stoff, einen Rohstoff. Ich kann verstehen, warum man das, warum man das hinterfragt und wie man das kategorisieren will. Ich würde auch sagen, ich bin ja neutral. Also stimme nicht zu. Ich finde, wenn es mal dafür genehmigt wurde sozusagen, wird es seine Gründe gehabt haben, dann muss ich jetzt nicht zwingen, dass es da rauskommt aus dieser Kategorie. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt, ja. Wir sind schon bei 32 von 38. Hallo, sind wir richtig schnell heute. Ja, ist doch gut. Die Einwanderung von Fachkräften, die in die EU soll vereinfacht werden. ist übelst paid in die Ass. Für mich wäre eine einfache Sache. Übelst paid in die Ass, wenn du in der EU arbeiten willst. Geht so, Beispiel nur, um das mal zu zeigen, wie behindert das ist gerade. Du kommst, du kommst nach Deutschland, sagst hier, ich habe hier, ich will hier meine Firma aufbauen und hier, oder keine Ahnung, ich will eine Firma aufbauen, Berlin, Hipster, geil. Und ich habe hier, Leute bewerben sich gerade aus dem Ausland. Das kann ja sowas sein, wie die Ukraine. Jemand aus der Ukraine bewirbt sich. Und da hast du teilweise so Prozesse, wo du sagen musst, du musst quasi, bevor du jemanden von da nimmst, musst du in deinem eigenen Arbeitsmarkt erstmal Leute quasi, du musst quasi erstmal Stellen ausschreiben, gucken, ob du nicht jemanden findest aus Berlin und so weiter, den du einstellen könntest. Das ist halt super schwierig, quasi Leute aus, also außerhalb der EU, quasi, als die Smart sind, die Skills haben, zu beschäftigen, ohne weiteres. Und das, finde ich, sollte auf jeden Fall einfacher gemacht werden, weil dann schaffst du halt einen Anreiz, kannst coole Leute hier reinholen, die machen mit dir coole Projekte und es ist einfach alles nur geiler. Ja, ich finde auch, wir haben hundertmal schon darüber gesprochen, wenn wir eben Fachkräftemangel haben, also sind es nicht nur die coolen Startup-Gründer sozusagen, sind auch alle anderen Fachkräfte, wenn wir sagen, ja, wir wollen irgendwie jetzt Wärmepumpen ausbauen, aber wir haben Wartezeiten von einem Jahr, weil wir die Handwerker nicht haben, ja, dann hol die halt rein, wenn es nicht genug Leute gibt, die es machen wollen. Klar, also warum denn nicht? So, dafür ist die EU ja eben auch dann eben cool und da. Kritische Infrastruktur, die Beteiligung außereuropäischer Investoren an Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur soll in der EU stärker beschränkt werden. Definition, kritische Infrastruktur ist wahrscheinlich Krankenhäuser und Co. Kannst du auch ausweiten, auf jeden Fall, ich glaube alles so Energiesektor tatsächlich, Das wahrscheinlich auch, okay. Ach, da geht es wahrscheinlich um Gasbrom und so, also das, darauf vorhin hinaus wahrscheinlich und so. Nicht zwangsläufig, es ist halt eher so, dass man halt gemerkt hat, so oh fuck, jetzt auch Medikamente zum Beispiel, weil man die selber nicht herstellen kann, das ist auch kritisch. Also alles, was quasi, ich glaube, als Leitende hier alles, was in dem Fall von einer Abschottung des eigenen Wirtschaft gegenüber anderen Wirtschaften, was würde dann nicht mehr funktionieren? Also wenn du zum Beispiel sagst, was, wenn du auf einmal der Handel nur noch innerhalb der EU stattfindet und man nichts mehr aus den USA kaufen kann oder nichts mehr aus China und so weiter. Was passiert dann? Ich glaube, was fällt, Aber es geht ja um Investoren. Ja, aber wenn ich jetzt, das klingt für mich jetzt so, als könnte mir jemand, also wenn jetzt Bayer zum Beispiel, als Medikamenten-Dings, wenn die jetzt sagen, wir nehmen halt Geld von einem amerikanischen Konzern, damit wir besser uns das ausbauen können hier, dann wäre das doch okay, oder? Das ist das große Problem. Das ist das Problem, das steht halt zum Beispiel dann, wenn du sagst, du hast jetzt irgendeine coole Technik oder so, eine coole Infrastruktur geschaffen, jemand aus dem Ausland kauft die und holt sich alle Patente und baut quasi deine Produktion in der EU ab und zieht alles, das Geschäft quasi weg, was ja passieren kann. Jemand kauft Bayer. Also mit Investor ist nicht zwingend gemeint, ich gebe dir mal hier eine Million für Projekt XY, sondern Investor heißt eher, ich steige in deinem Unternehmen ein. Ja, klar. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich habe es verstanden. Irgendwer kauft Bayer und zieht alles aus Leverkusen ab und baut das gleiche neu auf. Schengen. Was dann? Und du brauchst Aspirin. Und sie sagen, du kannst kaufen, aber ihr habt unsere Elektroautos bezahlt und jetzt zahlt halt gefährlich. Du kriegst auch den 5000-Fach-Preis für Aspirin. Ich weiß nicht, wie es jetzt beschränkt ist und ich kenne den Sachverhalt überhaupt nicht. Grundsätzlich finde ich aber den Gedanken, ist auch wieder da so ein bisschen Spieltheorie. Was bedeutet das? Aber ich glaube halt, im Moment ist es so, dass gerade China und USA relativ lokal gehen. Aggressiv sind? Ja, erstens aggressiv einkaufen. Zum Beispiel hier dieser ganze Heizungshersteller, was ist denn das? Irgendein Groß, da wurde jetzt von den USA, von den US-Unternehmen gekauft. Habe ich zufällig erfahren, weil die Heizung, die wir im Keller haben, von denen ist. Weiland oder so gibt es zum Beispiel? Weiland oder Wiesmann? Einer von den beiden wurde an US verkauft. Aber jedenfalls, da, was bedeutet das? Die ziehen jetzt quasi, die ziehen das Unternehmen komplett neu auf, Arbeitsplätze gehen weg und so weiter. Ich glaube, man muss da halt immer gucken, was passiert halt. Was ist gerade der Zeitgeist der Welt und wie reagieren andere? Und ich glaube, das ist halt gerade wieder so ein bisschen die Gegenbewegung zu der ultimativen Globalisierung. Sagt jemand so, offen für alles. Das ist gerade so ein bisschen die Gegenbewegung zu, hey, lass mal wieder gucken, dass wir klarkommen. Und ich glaube, der Grundgedanke ist nicht falsch, aber ich kann nicht einschätzen, wie es gerade gelebt wird und ob es dafür bedarf ist. Deswegen hätte ich gesagt, bin ich hier neutral. Weil es könnte sinnvoll sein, könnte aber auch nicht sinnvoll sein. Ja. Ich habe immer gesagt, es wird zu viel neutral ankreuzen und dann irgendwie so nicht so sinnvolle Ergebnisse haben. Aber dann ist das so. Wahrscheinlich keine Meinung ist. Die Beteiligung aus der Europäischen Neutral. Ja, genau. Also, ich würde das, glaube ich, auch bei kritischer Infrastruktur eben auch nochmal anders sehen als bei Autos, wo ich dann sage, okay, bei Autos, ey, geil, haben wir ganz viele ektere Autos, das ist irgendwie cool, das ist irgendwie fein. Ich sehe noch nicht so ganz, dass die deutsche Wirtschaft oder die europäische Wirtschaft auf jeden Fall zusammenbricht, wenn wir jetzt chinesische Autos hier hinholen sozusagen. Aber das, vielleicht auch schon. Aber ich sehe das Szenario für mich deutlich beängstigender, wenn man sagt, okay, wenn wir jetzt die wenig, also wenn wir jetzt in der EU alle dazu zwingen, immer schön offen und cool zu sein, dann kaufen einfach alle alles weg und dann haben wir nachher quasi nichts mehr davon sozusagen. Oder dann hat man irgendwie die Gefahr, dass man sich so ein bisschen ausnehmen lassen hat. Das sehe ich als Gefahr. Die Frage ist, wie es jetzt beschränkt ist. Ja, ich kann deinen Gedanken folgen. Ich gehe mit bei drei. Direktwahl. Der Präsident, bislang die Präsidentin der Europäischen Kommission soll von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt werden. Das ist mir völlig latte. Ich bin dagegen. Die Menschen sind dumm. Die sollen das nicht selber wählen. Ich glaube, ich glaube, die Menschen werden es schon smart machen. Aber warum sollte man das jetzt anders regeln als alles andere? Ich finde, das wirkt dann immer so, als würden wir so das Grundkonzept, also auch wenn eine Folge uns, oder ich mich vor drei, vier Folgen über Demokratie aufgeregt habe und wie scheiße ich Demokratie finde zwischen da so ein bisschen, finde ich, wir wählen ja VertreterInnen, denen wir zusprechen so, hey, pass auf, ihr trefft für uns gute Entscheidungen, wie auch immer. Dann finde ich es irgendwie merkwürdig, jetzt zu sagen, ja, aber diese Dinge wollen wir alle, wollen wir entscheiden. Ich finde das wirklich wie so ein Wahlversprechen, so mit uns, habt ihr die Macht, selber zu bestimmen, wer EU-Präsident ist und denkt so, ja, aber das ist doch völlig latte. Also das ist halt entweder oder. Entweder sagst du, du hast eine indirekte Demokratie, wo du Vertreter wählst oder du sagst halt, du hast eine direkte, wo du selber entscheidest, aber so ein Mischmasch so bei willkürlich ausgewählten Sachen, wo ich mir denke, hä, irgendwie ergibt das keinen Sinn entweder oder so. Weil du mal viel gesagt hast, so das wirkt so symbolisch. Es ist halt so, wir setzen hier das Symbol, ihr könnt selber den Präsidenten wählen, wählt uns. Ja, aber das juckt mich ja nicht. Preise für den Ausschuss von CO2. In der EU sollen Unternehmen mehr für den Ausschuss von CO2 zahlen müssen. Ich weiß nicht, was sie jetzt zahlen. Ich weiß nicht, ob das die Unternehmen aus der EU raustreibt, wenn, also ne, so nach dem Motto, wir haben eben die Entscheidung so ein bisschen rechtfertig zu sagen, wir wollen, dass die Wirtschaft hier funktioniert und nicht alle abwandern und weggekauft werden. Keine Ahnung, ich finde sie geschätzt. Ich würde sagen, von der Idee her ist das ganz smart, dass man sagt, man besteuert das. Aber auch da würde ich halt, aber da würde ich halt sagen, man muss immer halt, man existiert ja nicht im Vakuum. Und auch da, ne, dadurch eben das eben, wir haben gerade über diese Zölle diskutiert und wie kritisch das ist und dass man da halt kompetitiv bleiben muss mit Fachkräften und so weiter. Und ich glaube einfach, die Stimmung gerade ist halt eben nicht so rosig. Weil es ist nicht gerade Wirtschaftsboom, es ist halt nicht gerade, alle haben irgendwie Leben im Überfluss, das ist nicht gegeben. Und eben links und rechts deine Konkurrenz, quasi aus Asien und USA und Co. Wenn die das halt nicht machen, dann kannst du zwar noch so cool sagen, hey, wir sind voll green und wir Klimaziele, aber du schießt dich halt kompetitiv jetzt aus. Das heißt, das wird, wenn du worst case nachher aufmalst, ist, oh, wir haben unsere CO2-Ausgaben gesenkt, aber die Frage ist, weshalb? Weil die Steuern wirken oder weil die Unternehmen abwandern und halt verschwinden? Und da würde ich jetzt sagen, ich glaube, jetzt im Moment ist das halt nicht der smarteste Move, da mehr zu machen, so global gesehen, weil man sich einfach konkurrenzmäßig da halt in eine schwierige Position begibt. Ich glaube, aber ist es das Richtige für den Umweltschutz? Ja, ist es, aber das ist halt da die eklige Realität, wo halt eben du nicht beides haben kannst und du sitzt und ein Tod musst du sterben. Und ich hätte gesagt, ich glaube tatsächlich, dass der Effekt dieser Steuer halt nicht, mein Bauchgefühl sagt mir, ich glaube, ich hätte lieber ein wirtschaftsstarkes Europa, also wirtschaftsstarkes Europa, das funktioniert, das funktioniert, und das sich dann quasi sukzessive weiter in Richtung Umweltschutz entwickelt und nicht ein, wir sind jetzt von heute auf morgen, haben wir einen riesen Sprung gemacht, aber der bedeutet auch, wir fallen die Klippe runter und dann war es das mit uns. Ja. Und daher. Und ich finde, genau, also ich finde das, wenn man diesen Schritt geht, wie du gerade gesagt hast, das teile Szenario, würde man ja auch immer unterstellen, wenn jetzt mehr für die CO2 zahlen, dann, also wenn mir jetzt jemand garantieren würde, hey, pass auf Max, wenn wir das einführen, dann erreichen wir als Welt unsere Klimaziele. So, dann würde ich sagen, ja klar, dann mach das, super cool. Aber mir fehlt der Glaube, dass allein, dass wenn wir in der EU die Unternehmen mehr besteuern mit CO2, natürlicher Teilsteuer, dass wir dadurch jetzt auf einmal die Kurve kriegen und alles wird super toll, sondern ich finde, das klingt so logisch, dann zu sagen, na ja, die Unternehmen produzieren einfach woanders, wo sie diese Steuern nicht zahlen müssen, weil Unternehmen halt so funktionieren in der Regel und ich finde, wir hatten schon manchmal diese Diskussion, wo ich dann gesagt, wo ich dann zumindest für mich immer noch so ein bisschen das im Kopf hatte, so, hey, aber als Unternehmen hast du eine Siegel made in Germany und hier hast du gute Arbeitsbedingungen, das ist irgendwie cool, das hat auch, das hat einen Wert für ein Unternehmen, aber wir zahlen mehr CO2-Steuer, das ist, finde ich, nicht so ein Wert für ein Unternehmen, wo ich sagen würde, der Endkonsument sagt, hey, das ist aber in Deutschland produziert, die zahlen eine hohe CO2-Steuer, das ist, finde ich, kein Attraktivitätsargument, wo man zumindest irgendwie manche Kunden mit überzeugen könnte, das heißt, ich würde bei dieser Entscheidung noch mehr Unternehmen verstehen, die dann sagen, ja, es tut mir leid, aber dann gehen wir woanders hin, weil sonst produziert das einfach, produziert die Firma in XY einfach mehr als wir, weil wir weniger verkaufen und die haben gar keine CO2-Regelung, also scheinbar. Oder anders, es wird eh auf den Konsumenten, also auf den Käufer abgewälzt. Ja. Das ist halt in, wie soll ich sagen, auf privater Ebene, also für dich und mich bedeutet das eigentlich nur, wir zahlen halt mehr für die Produkte, okay, das heißt, Inflation in dem Sinne wird nochmal gepusht, für den Unternehmensmarkt bedeutet das, dass das halt eben, das ist in der Regel halt nicht nur ein potenzieller Supplier in deiner, also für dein Unternehmen, du sagst, ich brauche jemanden, der mir Schrauben liefert, okay, das ist eine regeleite Liste von tausenden von Unternehmen oder so, pickst du dir die, du sagst halt, okay, die kosten jetzt aber mehr, warum ist dir jetzt erstmal egal, und du sagst, oh, die zahlen halt, die kosten jetzt mehr, weil die halt eine extra Steuer haben, also kaufe ich die vom anderen und dann geht das Geschäft einfach ins Ausland, selbst wenn VW die Schrauben kauft, kaufen sie vielleicht nicht mehr von dem Unternehmen aus Deutschland, sondern von Unternehmen halt aus China, weil die sagen, okay, das ist für sich Schrauben günstiger, und jetzt kannst du halt unendlich viele Theorien spielen, ne, da kannst du ja wieder mit Zöllen arbeiten, so, und am Ende hast du halt so ein Clusterfuck an unendlich viel Zöllen und für Ausnahmeregelung da, das, das, liegt alles sehr komplex. Ja, das ist wahrscheinlich wie so beim S&P 500 oder so, entweder du hast, erreichst die Zahlen, um in diese 500er Liste zu kommen oder nicht, und wenn du rausfällst, dann hast du einfach Pech, dann bist du einfach nicht mehr Schraubenlieferant, so. Du hast in der Regel ja mittlerweile so gute und starke Unternehmens- Compliance-Richtlinien, dass du auch nicht einfach so sagen darfst, ich bin als Einkäufer, mache ich jetzt eben den teuren Hersteller aus der EU, weil ich finde das moralisch korrekt. Dann sagen deine Investoren, bist du geisteskrank? Oder dein Chef sagt dir, also der Vorstand sagt, hey, treff mir keine Entscheidung. Wir gehen bewusst danach, dass wir günstig einkaufen, damit wir auch günstige Preise an unsere Kunden liefern können. Verstehst du nicht? Ah ja, okay, da hast du so tausende Konflikte in dir drin und dann bist du am Ende das böse Unternehmen, aber eigentlich hast du nur auf deinen eigenen Arsch, auf deine Mitarbeiter, auf deine eigenen Kunden geschaut. Also es ist echt kompliziert in der Hinsicht. Ja, also ich finde, also wenn wir die Frage nochmal angucken, ich finde es gut, dass es eine, dass es quasi einen Steuer schon gibt für CO2, wenn es gerade, also gibt es ja gerade schon, so steht es ja auch da in der Frage. Das ist okay, soll es weiterhin geben zu einem gewissen Maß, aber ich glaube, die muss jetzt für mich nicht erhöht werden. Oder? Genau. Okay, wir sind wieder bei Asylanträgen. Asylbewerberinnen und Bewerber sollen ihren Antrag vor Überschreiten der EU-Außengrenze stellen müssen und dort auf das Ergebnis warten. Ja, Leute, so funktioniert doch Asyl nicht. Wie, also du kannst es jetzt, du kannst einfach erst mal rein und dann stellst du einen Antrag und dann ... Genau, und das ist ja das, was die Leute dann immer kritisieren, die Leute dann abschieben, in Anführungszeichen, dann die Leute dann wieder rauszukriegen, ist so schwer, weil dann müssen die ja hier im Zweifel verurteilt werden oder keine Ahnung was. Also, wenn sie jetzt irgendwie Verbrechen begangen haben, dann hast du hier Leute sitzen, die quasi eine Aufenthaltsgenehmigung haben, die dann irgendwie ausläuft. Also alles nicht cool. Also gerade ist es auf jeden Fall nicht besonders schön, aber es macht ja gar keinen Sinn, wenn man jetzt sagt, die Personen fürchten um ihr Leben in ihrem Land oder was auch immer oder werden so unterdrückt, dass sie nicht irgendwas machen dürfen und dann sagst du, nein, nein, beantrage bitte erst mal deinen Asylantrag und warte auf das Ergebnis. Wir prüfen das hier erst mal und in der Zeit wirst du einfach getötet. Also jetzt im Worst Case. Also wenn wir jetzt mal unterstellen, Menschen, die Asyl suchen, sind Menschen, denen es einfach dreckig geht, dann kann ich von denen nicht verlangen, dass sie vorher einen Asylantrag stellen. Ich finde, das funktioniert einfach so nicht. Man muss sich darum kümmern. Man kann vielleicht sich darum kümmern, was ist, wenn hier Asylanträge dann abgelehnt werden? Wie kann man den Leuten dann, wie kann man die Leute gut zurückbekommen oder wie kann man, also wie kann man das System verbessern? Dass halt nicht irgendwie so Camps sind, wo einfach Leute zwischen Staaten leben und nicht wissen, wo sie hingehören und so weiter. Das ist natürlich scheiße, aber das funktioniert nicht darüber, indem du Leute vorher einen Asylantrag stellen lässt, in meinen Augen. Ja, weil wie lange dauert so ein Antrag? Wahrscheinlich nicht mal eben 14 Stunden, was das halt Wochen ... Kann sich abschätzen, aber ich glaube nicht. Also wie es wirkt, ist es immer so, die warten dann über Monate und je nachdem, du kennst Bürokratie, ne? Ja, eben. Ich glaube, das Modell kannst du halt, glaube ich, fahren, wenn du jetzt sagen würdest, du hast das so ein bisschen wie eine Grenzüberschreitung, was man halt früher kennt, weil man so halt irgendwie, man fährt jetzt von Deutschland nach Österreich und dann ist es, der Prozess ist, du kommst da halt an, und man hat dir ein paar Fragen gestellt, dann sage ich, okay, entweder raf es rein oder raus, so. Wenn das in dem Modus laufen würde, dann würde das Modell wahrscheinlich funktionieren, dann kannst du sagen, gut, Leute kommen irgendwo an, meinetwegen verbringen sie dort irgendwo einen Tag oder so, da gibt es irgendwie Unterkunft, was auch immer, aber wenn das Wochen dauert, dann, da würdest du quasi, dann würdest du einen Rattenschwanz an Problemen schaffen, wahrscheinlich dann in anderen Ländern, also wenn du jetzt, ich weiß nicht von, was sind da für ein Land, Tunesien, Marokko oder so, sagt, hey, ich gehe jetzt mit dem Boot rüber, da würden sich wahrscheinlich dort, würden sich Menschen auf, also Menschenmassen anstauen, die sagen, hey, ich muss jetzt hier erstmal warten, weil ich kann nicht in mein Land zurück, dort werde ich geschlagen, dort ruht mir Gewalt, deswegen flüchte ich erstmal dahin, machst Zwischenflucht quasi, stell einen Antrag, warte dann sechs Wochen und dann geht es weiter. Also wenn Leute so viel Ruhe haben und sich das so ausruhen können und so weiter und so fort, ich glaube, man muss dann immer da unterstellen, das sind halt Menschen, die halt keine andere Wahl mehr haben. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist halt das, was halt gerade so ein bisschen diese Kontroverse ist, kommen, stellen alle Menschen, die hier einen Asylantrag stellen, weil sie eben was zu befürchten haben oder stellen sie es halt aus Hoffnung auf ein besseres Leben und das sind ja zwei Paar Schuhe da. Genau und ich finde es schwer, das vorher zu entscheiden sozusagen, also ich finde, du kannst nicht die Menschen, die um ihr Leben fürchten, aufgrund der natürlich bestimmt auch dabei seienden, deren Asylantrag sozusagen abgelehnt wird, dadurch dafür sorgen, dass die, die wirklich Asyl brauchen, den nicht mehr so richtig bekommen, weil sie im Zweifel diese Möglichkeiten zum Antrag stellen gar nicht haben oder so. Wie gesagt, ich kann mich total darauf einlassen, zu sagen, wir müssen hier die Systeme verbessern oder in der EU, wie dann Leute dieses Asylverfahren durchlaufen und wie sie untergebracht werden und so weiter, dass alles entweder erstens menschenfreundlicher wird und zweitens im Zweifel dann meinetwegen auch, da irgendwelche klaren Regeln gibt, weswegen Leute eben nicht Asyl bekommen. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja vollkommen fein, auch Menschen abzulehnen sozusagen, wenn das sinnvoll geprüft werden kann. Da würde ich jetzt ein bisschen die Willi-Frage stellen, wer ist da das unabhängige Unternehmen, der es sinnvoll beurteilen kann, ob sich, ob da jetzt, also wer Asyl bekommt und wer nicht. Das ist so ein bisschen, finde ich, schwierig, weil wer kann das wirklich beurteilen, ob die Person jetzt lügt, wer geht in das Land und fragt dann die Familie, ob dir wirklich die Frau da irgendwie leiden muss ohne Ende. Ist schwierig, aber ich finde erst mal, lieber erst mal zulassen und dann prüfen, anstatt andersrum. Ich hätte das halt, wären die Prozesse anders, hätte ich mir vorstellen können. So, wie gesagt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, da ist ein Kriegsgebiet in dem Land, da ist offensichtlich, dass wenn Leute da flüchten, so wie im Ukraine-Beispiel, da war irgendwie relativ klar, okay, Leute, da ist jetzt halt Krieg, so und die Leute können halt bewusst halt über bestimmte Grenzen einfach relativ schnell irgendwo reinkommen, kriegen Support und so weiter. Aber dadurch, mein Verständnis wäre jetzt, das ist eben halt gesamtheitlich nicht gegeben, sondern das ist ein langer Prozess, wo halt viele Fragen gestellt werden und da, glaube ich, tust du niemandem Gefallen, wenn du das dann halt eben an der Grenze machst. Daher, sollen ihr einen Antrag vorübergehend stellen und dort auf Ergebnisse warten, wäre die Antwort hier nein, außer man passt alle Prozesse an, was nicht gegeben ist, dann könnte man anders entscheiden und sonst nein. Genau, gerade ist es einfach nicht so, du kannst nicht jetzt beim Ukraine-Beispiel, kannst du nicht sagen, ah, die Bomben fallen morgen irgendwie auf die Stadt, ja, warte bitte mal auf deinen Asylantrag. Ja, ich glaube halt, wie gesagt, dass halt da, ich glaube, der Freifrag scheitern, so spalten sich so die Meinungen, weil die einen sagen, ja, ich unterstelle den Leuten, die kommen eben halt aus Not und die anderen sagen, ich unterstelle den Leuten, die kommen eben nicht aus Not und dann ist natürlich klar, dass die Leute anders damit umgehen. Genau. Aber hier gilt der Grundsatz des Vertrauensvorschusses und des guten Glaubens sein, ja. Ja, und die Frage ist immer, finde ich dann auch noch, wie wehtun einem dann die Menschen, die nicht aus Not kommen sozusagen? Also, richten die jetzt die EU so zugrunde, dass wenn wir da jetzt irgendwie einen Prozentsatz, sagen wir mal, einen hohen Prozentsatz von 20 Prozent der Menschen, brauchen dieses Asyl sozusagen gar nicht so wirklich, zerstören die jetzt die EU? Also, wenn die jetzt nicht kriminell sind oder sonst irgendwas, wenn jemand kriminell ist, dann wird der ja sowieso verurteilt, dann soll der einen Gerichtsprozess kriegen, alles fein sozusagen, aber wenn jetzt jemand, also, ne, wenn jetzt jemand unberechtigt sozusagen Asyl bekommt, jetzt gerade hier oder hier lange rumhängt, klar ist das für die Bürokratie nicht so geil, aber ich glaube, daran geht die EU halt nicht zugrunde. Deswegen finde ich immer, ist das ein, ist das ein, was man einkaufen kann, wenn man sagt, dafür können wir aber ein paar Menschen retten. Ich sollte gucken jetzt, ob dir das ausgefallen ist. Ja, ich überlege gerade. Nee, grundsätzlich ist das Trade-off ja richtig, ne, so nach dem Motto, du hast im Zweifel halt ein Risiko, dass so halt Leute kommen, die halt eben nicht aus Not kommen und die Frage ist halt, was passiert dann letztendlich? Ich würde halt, ich glaube halt tatsächlich, dass das bei vielen Leuten halt einfach, ich glaube, dass viele Menschen das, sich daran quasi stören in irgendeiner Form. Anders kann ich mir halt auch nicht erklären, wieso bestimmte Parteien jetzt gerade so populär sind. Und ich glaube halt, ich würde jetzt auch sagen, das per se tut das ja niemandem weh, in Anführungszeichen. Gleichzeitig merkst du ja schon, dass das die Leute irgendwie triggert, dass so viele Menschen das irgendwie nicht, nicht 100 Prozent passt. Und das kann wiederum schon, glaube ich, dazu führen, dass du halt einfach dann so eine Art Meinungsspaltung hast, dass du sagst, hey, die einen sagen, ich finde das komplett gut und richtig, dann sagen, ich finde das komplett scheiße. Und ich finde, das ist halt, daran muss man halt auch denken, was ist das, was die Menschen sich dann anscheinend, also was stört die daran, wie kann man das irgendwie hinkriegen, dass das funktioniert. Ja, aber da sind wir bei einem spannenden Punkt wieder so ein bisschen, nur muss ich mal kurz anzuschneiden, der Desinformation oder wie auch immer man das jetzt irgendwie nennen möchte sozusagen oder der Information generell, also einfach so, weil man sieht ja sozusagen gerade in den Wahlen immer, dass die Zustimmung für Parteien, die so Migration und so weiter mehr regulieren wollen, am höchsten da ist, wo keine, also wo am wenigsten Migration sozusagen herrscht. so, und das finde ich immer das Spannende, weil man das Gefühl hat, also die, die am wenigstens Berührungspunkte sozusagen haben, die, stellen ja meistens die Störte. Genau, und das ist nämlich, weil du sagst, man muss dann die Frage stellen, was stört die Leute sozusagen, klar muss man das, aber ich könnte mir vorstellen, das ist viel einfach eine Angst vor dem, was wenn und von irgendwelchen Bildern, die gezeichnet werden von gewissen Politikern, die ja passieren können, so ne, South Park Folge, sie klauen unsere Jobs, so, ja, wie viele Jobs werden wirklich geklaut von jetzt Asylanträgern in Gebieten, wo die Menschen selber diese Jobs gerne hätten, so, und ich, man kann es halt sogar gut aufzeichnen, man kann es halt, es ist halt so, so logisch, wenn man sagt, hm, da kommen jetzt Menschen rein, die brauchen Arbeit, also nehmen die doch mir den Job im Zweifel weg, wenn ich selber Arbeit suche, aber wie viel das faktisch so passiert, das wäre immer sehr spannend zu sehen und ich glaube, dass dann einfach ganz viel emotional da irgendwie die Entscheidung getroffen wird, ohne im realen Leben wirklich eine Auswirkung davon zu spüren und deswegen, finde ich, ist es halt so eine irrationale Angst, mit der man gerade nicht Politik machen kann, so, aus meiner eigenen Erfahrung nur, vielleicht geht es anderen anders. Ja, das ist halt die spannende Frage, weil ich hier, wie viele Leute sind jetzt wirklich, haben wirklich etwas, wo sie sagen, dass es betrifft mich im Alltag oder so, das ist halt ein Thema für mich im Alltag versus, was ist das, was mich quasi lenkt, ähm, das ist eine spannende Frage auf jeden Fall, ja. Ja, ich habe mich noch, also, nur ganz kurz noch, auf der Hochzeit, wo ich jetzt mit Chiara war, da war, ähm, eine, eine Journalistin, die bei so NGOs Arbeit, die sich bewusst eben gegen Desinformationen sozusagen einsetzen, die machen sozusagen so Nachrichten, indem sie sich Nachrichten nehmen und die quasi einordnen, so mit verschiedenen Quellen und das anabbilden, auch für Schülerinnen und Schüler aufbereiten und so weiter und so fort und da ging es auch nochmal um dieses, ähm, hier, äh, in, in Köln, diese Silvesternacht, weißt du noch, wo es immer dann irgendwie hieß, das so und das, was da am Ende jetzt quasi rausgekommen ist, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber wie wenig Menschen das waren und wie wenig sozusagen davor gefallen ist, das ist aber immer noch ein großes Wahlthema sozusagen, dass Menschen immer noch sagen, ja, wir wollen solche Vorfälle verhindern und diesen Vorfall gab es in der Form sozusagen gar nicht, wie er dann quasi da, ähm, quasi berichtet wurde sozusagen, weil keiner sich, wie du eben gesagt hast, oder wenige, sorry, keiner ist übertrieben, aber weil, weil manche dann eben nicht den aktuellen Wissensstand mitgehen und sagen, was ist wirklich passiert, sondern die sind auf diesem Wissensstand hängen geblieben, der nicht richtigen Information, weil die schnell rausgeballert wurde sozusagen und erst später überholt wurde und trotzdem kannst du mit diesen Szenarien immer noch emotionalisieren und sagen, so kriegen wir quasi Wähler, weil wir vor dem unbekannten, bösen Ausländer quasi waren und das finde ich irgendwie schwierig, weil es sind ja dann, also für mich zumindest nicht nachvollziehbar, die klaren Gründe, so nach dem Motto, hey, guckt euch an, Arbeitslosenquo der Deutschen steigt immer weiter und die Arbeitslosenquote der Migranten, die sinkt immer weiter und deswegen sehen wir hier ganz klar, oder was ja auch nicht mal ganz klar wäre, aber wir können Schlüsse darauf ziehen, dass sich irgendwie da die Jobs weggenommen werden, wenn jetzt Menschen hier reinkommen oder wie auch immer und deswegen fällt es mir immer schwer, da Verständnis für zu haben, weil ich immer das Gefühl habe, wo sind irgendwelche Fakten dafür, dass es jetzt dem deutschen Bürger wirklich dreckiger geht, wenn jetzt hier mehr Menschen mit Asylanträgen sind oder Migranten sozusagen leben oder ist es dann nicht eben doch einfach nur, ich störe mich so ein bisschen daran, dass da was Fremdes ist, was ich nicht kenne, was mir Sorge macht. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allen Dingen, wahrscheinlich ist es eine Kombo aus allen Dingen, was halt am Ende, unabhängig davon, wo es jetzt herkommt, was halt problematisch wird, ist halt, wenn sich das quasi so ein bisschen aufbauscht und immer größer wird und du dann halt auf einmal ... Absolut. Und ich glaube, das ist das, was gerade passiert. Und ich glaube, deswegen hast du auch, so meine These, deswegen sagen jetzt auch andere Parteien plötzlich, hey, wir müssen das nochmal hinterfragen im Sinne auf, wie funktioniert die Asylpolitik und so weiter. Weil die halt merken so scheiße, wenn wir das quasi nicht drauf eingehen, in welcher Form auch immer, dann verlieren wir die Leute, weil es eben anscheinend dann doch irgendwie sich so ein vergrößerndes, wie soll ich sagen, so ein Monstrum an Menschenmasse ist, die sich da irgendwie immer mehr in diese Richtung fühlen, mindestens mal. Unabhängig davon, was die Fakten sagen. Aber das Gefühl scheint ja anscheinend da zu sein. Ansonsten, wie gesagt, ist halt nicht zu erklären, wieso halt plötzlich AfD und Co. plötzlich so stark werden. Und mich als Privatwieder nervt es einfach, weil man denkt, da wird das, also wichtige Themen werden einfach hart vernachlässigt und darum geht es gar nicht mehr, weil dieses für mich nervige Thema dann auf einmal oder irrelevante Thema so hochgebauscht wird irgendwie. Und das nervt mich einfach als Privatperson, weil ich eben aber auch davon einfach quasi null betroffen bin. Und deswegen kann er ja seine Themen haben, nur ich frage mich dann mal, wie, ja, egal, haben wir schon. Gehen wir wieder zu Krieg. Gehen wir wieder zu Krieg. EU-Rüstungsexporte. Projekte, sorry, EU-Rüstungsprojekte. Die EU soll weiterhin in gemeinsame europäische Rüstungsprojekte investieren. Also wenn man so ein bisschen in den Geschichtsunterricht schaut, dann hat man gemerkt, die EU war, also Europa war immer so ein Fleckchen Erde, wo jeder mit jedem Krieg geführt hat immer. Und wenn man gemeinsam einen Panzer hat, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit geringer. Deswegen, why not? Das Beispiel werde ich auch nie vergessen. Ich finde, das ist immer so ein sinnvolles Beispiel zu sagen, ja, die Ketten werden in Frankreich produziert, die Munition in, keine Ahnung, Italien und so. Und deswegen ist man qua Rüstungsindustrie dazu gezwungen, eher an einem Strang zu ziehen und nicht gegeneinander zu verarbeiten. Finde ich gut. Geile Frage zum Ende. Das europäische Parlament soll weiterhin eine zentrale Rolle in der EU spielen. Wer sonst? Also geht es um Europa Rat? Soll der mehr Macht kriegen? Also, ja. Ja, wahrscheinlich ist ja die Gegenfrage, soll das europäische Parlament eben nicht mehr eine zentrale Rolle spielen? Das ist wahrscheinlich klar. Aber wer dann? Ja, wahrscheinlich weniger Europa-Regulierung in dem Sinne. Also eine weniger zentrale Rolle, was kann das bedeuten? Weniger Themen, mit denen sie sich beschäftigen dürfen, weniger Einfluss. Ich finde, das ist halt nie smart zu sagen, wir lösen ein bestehendes Konstrukt durch nichts ab. Also, wenn du sowas sagst, hey, wir haben ein neues Modell, da brauchst du auch eine Alternative zu, hey, das, was dann fehlt oder so. Das ist halt zu schwammig und deswegen würde ich sagen, ja, mach mal weiter, wie bisher. Auch wenn ich die Inhalte teilweise halt Quatsch finde, aber von der strukturellen Ebene ist das halt, sehe ich hier, keine sinnvolle Alternative. So, bis dahin. Let's go. Ja. Die Frage ist, was ist die EU ohne EU-Europaparlament? Also, ist es da nicht so wie so eine Art Lame Duck aus dem Fußball oder so? Du hast halt irgendwie so dieses so, da ist was ohne Macht und dann nennen wir es zwar EU, aber eigentlich ist da nichts mehr, was EU ausmacht und irgendwie, finde ich es dumm. Stimme zu. So, jetzt können wir noch gewichten. Oh, wir haben es geschafft. Ehrlich gesagt, ich habe mich das vorhin schon gefragt, weil du es am Anfang erwähnt hattest. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du da Sachen hast, aber ich bin bei dem Thema, wo ich sage, hey, ich könnte jetzt hier gewichten, aber ich habe keinerlei Ja, ich gewichte zum Beispiel nationale Währung. Achso, okay. Dass ich die nicht haben will. Europol haben wir ja weiter übersprungen, lassen wir einfach raus, oder? Ja, ja. Ja. Was haben wir hier? Ja, Zielverwerfung, klimaneutral zu werden, finde ich auch Schwachsinn. Kann man doppelt werten. Regeln und Werte der EU, was haben wir hier? Ja, die sollen weiterhin zurückgehalten werden. Nix und voll. Bla, bla, bla. Keine Grenzkontrollen, finde ich wichtig. Einwinderung von Fachkräften. sogar ein Träger. Fertig. Okay. Willst du schon weiter zur Auswahl? Yes, ich warte gerade hier. Ich habe auch gesehen, man kann einen Einzelnen auswählen oder einfach unten, kann man einfach alle auswählen. Das finde ich am spannendsten tatsächlich. Alle, ja klar. Einfach alle. Ich überlege gerade, wo ist diese geile Partei? Müssen wir mal gucken, ob wir diese witzige Partei finden. Witzig. So, weiter zum Ergebnis. Geil. Ich bin nicht überrascht tatsächlich. Es bestätigt meine, meine, mein Bauchgefühl, was ich eh gemacht hätte ohne Valomat tatsächlich. Okay. Wie sieht es aus bei dir? Also Platz 1 maximale, also höchste Beeinstimmung ist tatsächlich die FDP. Ja. Mhm. Und danach kommt Dawa, was ich nicht kenne. Kenn ich auch nicht. dann CDU, CSU und dann irgendwelche random Parteien, die kein Mensch kennt, wirklich. Danach mit ungefähr 10 Prozent, ne 12 Prozentpunkten Abstand zur FDP kommt da die SPD. Noch. Mhm. Äh, was haben wir noch? Kommt, ah hier, da kommt die Verjüngungsforschung mit danach irgendwann. Geil. Aber wenn ich jetzt so weiter unten gucke, ja, ich glaube der Rest ist dann, kann man, also der Rest ist dann das Tuschband. Schauen wir sich alles ums. Ganz unten ist die AfD Heimat und so, bei dir auch? Nee, beim unten ganz unten ist MLBD und Linke. Okay, ich bin ein bisschen drüber. AfD kommt ein bisschen weiter oben. Mit 50 Prozent Übereinstimmung. Okay. Ja gut, aber 50 ist also, ist ja auch schon super wenig. Aber immer trotzdem 50 Prozent, ne, das ist das, was wir auch mal gesagt haben, ne, also für so Parteien, die jetzt quasi einfach nur alles tun, um zu gewinnen, die sagen halt bei vielen Themen, sagen wir, ja, wollen wir uns gar nicht gegenpositionieren, zur gängigen Meinung, sondern wir gucken, dass wir so ein paar Akzente setzen, aber, ja. Ja, bei mir ist auch, da war an eins, dann SPD witzigerweise, dann die FDP, dann die PDH, Partei der Humanisten, klingt schön, ich mag Humanismus, aber, ich meine, ich habe komische Wahlplakate von denen gesehen, ich weiß nicht, ob ich mit denen in Verbindung gebracht werden will, vielleicht vertue ich mich da auch. Dann die V3-Partei, ist, glaube ich, hier so Veränderungen, Vegetarier, Veganer, Klimaliste, Freie Wähler, Grüne kommen dann, Piraten, so mit 70 Prozent sind wir gerade bei den Grünen ungefähr, CDU bei 65 Prozent, wahrscheinlich durch meine Wertung jetzt am Ende noch ein bisschen, Linke bei 60 Prozent, Max wäre enttäuscht schon hier. Ja und unten kommt so ganze weirde Kram wie die Basis und Heimat und AfD und so weiter. Müssen wir uns also die DAVA mal angucken? Gar kein Fall. Also ich bin so, ich habe so, also meine Entscheidung wäre halt, okay, ich würde halt Parteien wählen, die auch in irgendeiner Form halt auch eine Substanz haben zu gewissem Grad, also ich würde jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt, ich unterstütze die ganz kleinen, weil am Ende ist, also möchte ich halt trotzdem, dass meine Stimme irgendwo halt auch dort ankommt, wo auch was passiert nachher. Deswegen würde ich halt für meinen, meinen vorigen Zweifel seit so Mini-Parteien oder Sachen, wo ich halt noch nie was von gehört habe, wo ich einfach sagen, filter ich zu gewissem Grad raus, dann ist es zwar vielleicht nicht das Richtige, weil man da sich die Frage stellt, ja, aber dann kommen die ja nie an den Punkt. Ja, ja. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die Muße, mir anzugucken, was es da war, P, D, H, Bündnis Deutschland, Bündnis C, das klingt wie ein Saft, P, Bündnis C, also da würde ich, wenn ich relativ pragmatisch gucke, so, was ist bei den Top-Parteien, so, die ich auch kenne, wo ich sage, die werden auch dann Sitze bekommen und wie auch immer, Bisschen, man kann, ja, ist doch voll okay, man kann auf der nächsten Seite, kann man noch tunen, da kannst du irgendwie nochmal so gucken, was will jetzt bedeuten, wenn ich jetzt bei der neutralen Antwort quasi was anderes, wenn ich mich da positionieren würde und so, das ist ganz cool gemacht, aber das gab es früher nicht, glaube ich, also nicht, dass wir das machen müssten, aber das ist nur als Tipp noch, da kann man halt immer so ein bisschen gucken, welche Ausdruck hat jetzt eigentlich, welche Aussage auf welche Partei, finde ich eigentlich ganz cool, so viel Transparenz quasi. Kannst du auch einen Parteivergleich machen, das finde ich wiederum cool, dass man sich dann so drei Parteien nebeneinander legt und dann guckt, was sagen die zu den jeweiligen Themen, das finde ich, glaube ich, noch das Smarteste, wenn man so eine Vorauswahl getroffen hat für sich. Ja, ist so ein bisschen wie, wenn man, keine Ahnung, sich ein neues technisches Gerät kauft, man vergleicht so drei Angebote. Ah, und es gibt Begründungen, das heißt, du kannst zu einzelnen Fragen nochmal gucken, was sagen die einzelnen Parteien denn dazu. Das heißt, später kann man sich quasi überprüfen, ah, okay, das habe ich ganz falsch verstanden, da war ich dumm oder so, also da habe ich das einfach ganz falsch verstanden oder wie auch immer. Spannend. Das ist gut, ich glaube, das mache ich irgendwann bei den, also was heißt, irgendwann im Laufe der nächsten Tage, irgendwann mit den Parteien, wo ich sage, das kommt für mich eine jüngere Auswahl, weil dann kannst du nochmal Feintuning machen, das ist ganz cool. Ja. Spannend. Ja, gut, dann kann ich morgen wählen, ich muss jetzt hier mal, nachher nochmal ein bisschen die Parteien durchchecken. Das ist interesting. Wie geht es deinem Rücken, Mann? Wird schlimmer, ich muss mich gleich mal hinlegen, glaube ich, oder halt das Ding nochmal warm machen oder irgendwas in die Richtung. Ja. Ja. Aber es ist passiert, wenn es alt ist. Mit Kiaras Family bei einer Streetart-Führung durch Köln, ich bin mal gespannt. Cool. Das ist ein Family-Ausflugs-Ding, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, Wetter wird gut, da wird ja nicht, also nicht nass, so. Ich hoffe, die Führung wird gut, ich weiß nicht, mal gucken. Weil Köln hat schon ein paar Ecken, das könnte schon funktionieren, so. Ja, ich kann mich ja nicht für diese Kunst so begeistern. Entweder ist es halt cool, weil mich die Kunstsachen irgendwie ein bisschen begeistern oder es ist einfach so, ja, hier sehen sie das und hier sehen sie das. Das juckt mich nicht. naja. Dennoch viel Spaß und bin gespannt auf den Bericht beim nächsten Mal plus Disneyland-Bericht. Wird gemacht. Nicht vergessen. Peace out. Hey Pluto. Ciao, ciao.